Felix Kui Portuit, Rerum Cognoscere Causas Glücklich, wem es gelang, den Grund der Dinge zu erkennen. Anfang April 1941 im Jahre des Heiligen Augustus Ihr habt das letzte Fonds der Zivilisation erreicht Opidium Ubiorum, die Festungsanlage im Reich der Ubior Auf der anderen Seite des Rheins begrüßen euch ihre Banner und Wimpel Aus zerrissenen römischen Stoffen, mit Blut und Sekret beschmiert und euch verhönend Einige Fackeln beleuchten das Ufer auf der anderen Seite und werfen grausame Schatten Die niederlöschische Kälte des Tartarus durchfährt eure Knochen, als ihr dort still steht Am abendlichen Himmel hinüberblickt Menschen könnt ihr dort drüben keine sehen, aber sie müssen dort irgendwo sitzen und auf euch warten Und so beginnen wir Lasst, lasst euch dadurch nicht behören Wir wussten schon Dass wir es mit etwas Finsterem zu tun haben Wir haben die Zeichen gelesen Aber wir wären nicht hier, wenn wir es nicht schaffen könnten Felix legt Junius noch Eine Hand auf den Rücken Wir hätten nicht jemanden wie Junius an unserer Seite Wenn wir es nicht schaffen könnten Wunder Ihm kann es uns gelingen Das wissen wir alle Junius liegt da in die Ferne Rührt sich auch kaum, als ihm die Hand auf die Schulter gelegt wird Das sind Tricks mit dem Kopf Und er deutet sich auf die Stirn Eines muss man diesen Barbaren lassen Sie Sie Lassen einen glauben Sie sind verrückter als man selbst Aber Aus dem Ganzen Sind wir alle für den Kampf geboren Wir sind Römer Egal wo wir geboren wurden Wir sind Teil der 19. Legion Das hast du wohl gesagt Bei Mars Aber Es Bringt nichts Die Nacht damit zu verbringen In Die Fassade des Feindes hineinzuschauen Wir sollten Uns einige Stunden Schlaf genehmigen Wir haben morgen einiges vor Männer Es Gibt Schlechte Nachrichten Unser Kontaktmann Dieser germanische Spion Er Weilt nicht mehr unter den Lebenden Oh Vielleicht Der örtliche Präfekt Hat ihn Kreuzigen lassen Aber Morgen holen wir uns die letzten Aufzeichnungen Von den letzten Gesprächen Mit diesem Spion Und Hoffen wir dass er Uns wenigstens im Tode Die Informationen gibt Die wir brauchen Für unseren Auftrag Ich glaube wir haben Ein Problem Wir Dürften unsere Schriftrolle nur Öffnen Sobald wir den Spion getroffen haben Was machen wir denn jetzt mit der Schriftrolle Dann werden wir sie jetzt öffnen Weil wir wissen Wir können den Spion nicht mehr treffen Vielleicht sollten wir zumindest noch schauen Vielleicht sollten wir zumindest warten Bis wir die Aufzeichnungen Seines Verhörs lesen Wie Die Kuré Juniors Befehlt Mh 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 Werte Dinne War unser Auftrag nicht Sie Beim Bei Fabius Zu öffnen Die Rolle Wir Wäre so gewesen Als Das Schon beim Spion Der Fall Bewezen wäre Aber Kommt mir vor Als wären wir schon Eine kleine Ewigkeit unterwegs Na gut Dann Werden wir erstmal Des Weiteren Diese Rolle Verwahren Bis wir Fabius treffen Befreien Wisst ihr warum er ihn hat Kreuzigen lassen Junius verzieht das Gesicht Mit etwas Schmerz Aus römischer Gründlichkeit Nicht behaupten Und Junius Spuckt dann In den Staub Wir wollen uns noch die Abschrift Vom Verhör Geben lassen Und Vielleicht Finden wir auch Da drin dann die Antwort Ja das ist gut möglich Ich habe auch noch Schlechte Nachrichten Ich beurte Unser Plan uns als Händler Auszugeben Wird nicht funktionieren Weil es kaum Gut transportierbare Handelswaren gibt Die wir Mit den Germanen Handeln könnten Scheinbar sind dort Tiere besonders viel wert Aber Tiere haben sie halt selbst Und Tiere jetzt im großen Stil Aus Rom Transportieren Würde für einen Händler Glaube ich nicht viel Sinn machen Also Kulturwaren Wären da interessant Aber an denen sind sie Scheinbar nicht interessiert An Metall sind sie scheinbar Nach der Schlacht Auch nicht interessiert Weil sie da genug erbeutet haben Ich habe mir überlegt Dass wir vielleicht Unseren Plan ändern könnten Und sagen dass wir eine Wissenschaftliche Expedition sind Und mit mir als Anführer Ich würde mich als Ein Gelehrter aus dem Museum in Alexandria ausgeben Das ist eine Eine Schule dort Zu der auch die berühmte Bibliothek gehört Und ich sage Ich sage einfach Dass ich ein Arzt Von dort bin Ein medizinischer Gelehrter Und dass ich hier Etwas lernen will Über Nun die medizinischen Techniken der Ortsansässigen Germanen Ich dachte schon über Leichen Ich könnte mir vorstellen Dass diese Barbaren Das als Spionage Abstempeln Und Nur weil wir Händler Sein wollen Heißt das ja nicht Dass wir erfolgreiche Händler Sein müssen Und Erfolgreiche Händler Können einem auch Jeden Mist An den Hals Reden Ich bezweifle auch Dass Die das tatsächlich Verstehen Was du ihnen da sagst Wir können ja einfach Händler sein Die Viecher kaufen wollen Wenn da viele Viecher sind Macht das doch Sinn Oder deren Kulturgüter kaufen wollen Und Da wurde Hau dabei Einmal auf den Schild Den er von den Germanen Das letzte Mal Geschenkt bekommen hatte Und Er ist mir auch nicht Wohl dabei Dass ich am Naja Nimm es nicht persönlich Zeigen aber Dass ich einem Ägypter folge Naja Aber bedenkt Folgendes Die Germanen Hassen Wahrscheinlich Den Durchschnittlichen Römer Mehr als den Ägyptisch aussehenden Römer Naja Sie werden Ägypter Wohl nicht kennen oder Also sie werden Vermutlich nicht mal Mich als Spanier Erkennen Wir sind vermutlich Alle Römer für sie Das denke ich auch Ja Dann müssen wir schleichen Wir sollten uns Aber nicht entdecken Lassen Ja Ich denke Schleichen sollte Die erste Wahl sein Die Die Ausrede Die wir dann Haben Dass wir Händler sind Sollten wir nur nutzen Wenn wir Der Entdeckung Nicht entgehen können Ja Dann würden wir So weit wie möglich Versuchen An Schleier Der Verborgenheit Zu agieren Aber Auf Seine Kleidung Sollten wir anpassen Apropos Kleidung Ich hab gesehen Dass es hier sogar Noch ein Badehaus gibt Das würde ich Tatsächlich jetzt noch Aufsuchen Die Straße war schon Durch den Regen So aufgeschlampt Auf der anderen Seite Vom Rhein Werden wir wohl Kein Badehaus mehr bekommen Und wenn ihr Wenn es so schlimm wird Wie ihr beim letzten Mal Gesagt habt Naja Dann werde ich zumindest An meinem letzten Oder vorletzten Abend Noch einmal Gebadet haben Wenn wir dann Vor die Götter treten Oder vor unsere Geister Was haltet ihr davon? Ja Dazu halten wir das Als Gruppenaktivität Einmal Machen Ja Eine gute Idee Kintogenus So werden wir es tun Na aus gezeichnet Dann kommt mit Und damit geht Der hispanische Kintogenus Vor Hat er dann wohl Während ihr beim Marktplatz Oder beim Präfekten Wart Die Stadt ebenso Erkundigt Und Ja Kann euch dann Galant in Richtung Des Badehauses führen Was zwar nicht ganz Den Standard Aus Rom erfüllt Aber immerhin Als römische Provinz So nah am Rhein Beziehungsweise An den barbarischen Stämmen Und auch Na ja Galien ist auch noch Nicht vor allzu langer Zeit befreit Macht da schon Einiges her Die Wände Sind selbstverständlich Beheizt Sodass du dann Irgendwelche Hohlräume hast Die dann auch Befeuert werden Von unten Das Wasser Erheizt Man findet auch Im oberen Stockwerk Noch eine kleine Bibliothek So wie sich das gehört Und ja So könnte man dann eben Auch aus den verschiedenen Kalt- und Warmwasserzonen Dann wechseln Um den Kreislauf In eine perfekte Schwingung zu bringen So wie es eben Eine eigene Wissenschaft ist In welcher Reihenfolge Man dann Welche Becken betritt Das kann man ja Bis zur Gänze Ausdefinieren Je nachdem Welchen Heilkundigen Man da fragt Und welche Kräuter Man noch dazu Tun kann Na gut Wenn man dann So ein bisschen Rom oder Römer Selbst ist Die sind dann Selbstverständlich Sehr überheblich Und sind dann Nur im warmen Wasser Das kann ja auch Nicht gut sein Wer guter Römischer Soldat Oder Legionär ist Der betritt dann Auch das kalte Wasser Aber ja Ein letztes Stück Zivilisation Was euch dann Hier empfängt Als ihr dann Euch Nach den Duschen Nachdem man dann Euch die Kleidung Abgenommen hat Spinte Die euch da Gewiesen worden sind Konntet ihr dann Im warmen Wasser Platz nehmen Neben euch auch Zu dieser Tageszeit Eine ganze Menge Noch los Ihr könnt auch Erkennen Wie da wohl Einige Weinkrüge Am Beckenrand Stehen Also auch hier Wird mit Wein Nicht gegeizt Auch wenn er halt Nicht ganz so gut Ist in dieser Provinz Einige speisen Da wohl auch noch Und essen Am Rand Beziehungsweise Haben sich dann Auch nach oben Gesetzt Auf einige kleine Stühle Sodass sie dann Auf das Wasser Runter gucken können Während sie da gerade Kleine Pastetchen Verdrücken Junius Nimmt auch Im heißen Wasser Platz Zieht Ein Weinkrug Vom Rand Allein zu sich Und Man sieht Richtig sauber Wird er nicht Das ist eher so Dass die Dreckschichten Einmal Ordentlich Aufquellen Vielleicht ein bisschen Gleichmäßiger Verteilt werden Als vorher Aber ja Nimmt er einen Ordentlichen Schluck Und scheint Dann doch Das warme Wasser Zu genießen Ich will ja Keine schlechte Laune Verbreiten Aber unser Plan ist Mehr als Dürftig Aber ich Hab auch Keinen Besseren Wir werden Die Götter Auf unserer Seite Haben Mehr Brauchen Wir nicht Mehr Haben wir Auch Nicht Davos Davos Gesicht Geht In Nachdenkliche Furchen Als das Wort Über Die Götter Fällt Nun Unsere Mission Ist mehr Als Gefährlich Uns Bleibt Fast Nicht Viel Mehr Übrig Als Auf Den Schutz Der Götter Zu Hoffen Apropos Junius Wir Wollten Noch Etwas Von Unserem Geld Ausgeben Um Heilmittel Zu Kaufen Medizin Und Verbände Und Felix Wollte Noch Einen Stier Erwerben Und Opfern Junius Hört Sich Das An Und Sein Mund Züge Er Fängt An Zu Lächeln Und Meint Ihr habt Mein Segen Könnt So viel Ausgeben Wie Wir Haben Denn Entweder Kehren Wir Siegreich Zurück Oder Gar Nicht In Beiden Fällen Wird Niemand Nach Dem Gold Fragen Da Habt Ihr Recht Zivilisiert Mögen Sie Nicht Sein Aber Falls Wir Noch Gold Übig Behalten Können Wir Das Auf Der Anderen Seite Sicherlich Trotzdem Ausgeben Gold Gold Wir Sollten Uns Prächtigen Stier Wählen Daran Sollten Wir Ganz Bestimmt Nicht Geizen Also Habt ihr Beim Letzten Mal Als Ihr Auf Die Andere Seite Gegangen Seid Habt Ihr Da Tiere Geopfert Hat Das Damals Was Geholfen Wir Seit Anbeginn Der Gotter Verehrung Opfern Die Tiere Und Sofern Ihnen Diese Opferung Genehm Ist Werden Sie Auch Unser Flehen Erhören Nur Seien Wir Die Zeichen Nicht Richtig Gelesen Zu Haben Als Wir Beim Ersten Mal Runter Oder Gar Ignoriert Hast Du Nicht Schon In Den Gedärmen Gelesen Aber Selbstverständlich Habe Ich Das Schon Aber Ihr Habt Ja Gesehen Was Bisher Passiert Ist Naja Die oben War Schlechter Das So Es Ist Nun Schon Eine Weile Her Und Damals Haben Wir Da Auch Nur Eine Ziege Geopfert Eine Ziege Bei So Einen Unterfangen Haben Wir Uns Da Wohl Ein Wenig Habe Ich Mich Wohl Ein Wenig Verschätzt Ok Also Es Ist Jetzt Nicht So Dass Ich Angst Habe Das Ist Nicht Aber Mal So Ganz Unter Uns Wie Wäre Es Wenn Wir Das Gold Einfach Unter Uns Aufteilen Und Wir Lassen Uns Einfach Vom Rhein Ein Bisschen Abtreiben Und Gehen Dann Wieder An Land Und Holen Mit dem Gold Ein Kleines Gut Oder Na ja Teilen Uns Auf Und Verschiedene Güter Niemand Wird Da Fahnen Wo Wir Abgeblieben Sind Wir Nehmen Einfach Andere Namen Das Du Das Du Centurio Wirst Wenn Leben Nach Hause Kommst Bei Deinem Ruf Es Ist Genug Gold Für Uns Alle Da Du bekommst Deinen Zweiten Teil Noch Was Hältst Du Davon Junius Meinetwegen Bekommt Felix Auch Noch Einen Zweiten Teil Weil Er Priester Ist Und Besonders Alt Und Dann Wer Soll Uns Davon Abhalten Vielleicht Unser Stolz Unser Ehrgefühl Kindogenus Unsere Loyalität Du Beteuerst Schon Die Ganze Zeit Die Wir Miteinander Unterwegs Sind Dass Du In Der Schlacht Nicht Anwesend Warst Vielleicht Wärst Du Anwesend Gewesen Könntest Du Das Verstehen Aber Ich Töre Immer Noch Zu Den Göttern Und Danke Ihnen Für Deine Seele Dass Du Es Nicht Warst Junius Schwimmt Zu Kindogenus Und Sie Seine Augen Sich Verfinstern Und Er Dann Den Spanier Packt Und Versucht Das Wasser Zu Drücken Ja Du Merkst Wie Er Nach Einen Kurzen Schock Auch Ja Versucht Zu Kämpfen Dagegen Anzukämpfen Ähm Natürlich Hierzu steht Und Kurz bevor Er Mit dem Kopf Wieder Nach Oben Schnappt Kannst Du Sehen Wie Titus Sich An Seinen Rücken Hängt Ihn Ebenso Nach Unten Drückt Und Ihn Dann Ja Neben der Panik Auch Die Kraft Nach Und Nach Dann Verlässt Titus Junius Es reicht Lass Lass Den in Ruhe Sofort Ich werde Mein Sicherheit Nicht dezimiert Weil dieser Hurensohn Weglaufen Will David Würde auch Reinschreiten Es reicht Er hat genug Wir würden Probieren Die anderen Weg zu zerren Die Neunzehnte Sind Keine Verräter Legion Sind Keine Verräter Die Aufgabe Kunde Machen Wir Das Verstehst Du Das Ich Krieg Keine Luft Es Es Sein Besser Dadurch Ist Niemand Gestorben Ihr Könnt Sehen Wie Seine Augen Rot Sind Irgendwelche Äderchen Die Geplatzt Sind Und Er Weiter Wasser Spuckt Und Vielleicht Aus dem Wasser Raus Sah David Würde Dann Aus dem Wasser Aus Steigen Und Kind Genus Raus Ziehen Ja Sein Würde Auch Mal Versuchen Helfen Dass Wieder Zur Luft Kommt Ganz Ruhig Atmen Liegt Den Dann Auf Die Warmen Boden Platten Kannst Dann Auf Seinen Bauch Drücken So Dass Er Dann Auch Seinen Kopf zur Seite Nimmt Und Dann Erstmal Gehörig Wasser Spuckt Ich Kann Auch Sehen Dass Mittlerweile Eine ganze Menge Augen Paare Auf Euch Gerichtet Sind Als Ihr seid Zumindest Einige Als Römer Zu Erkennen Aber Man Kann Euch Trotzdem Noch Nicht Ganz Zuordnen Was Ist Nur In Nicht Gefahren Junius Und Du Titus Du Auch Der Mann Hat Angst Es Ist Nicht In Der Zeit Ihm Einen Größeren Angst Vor Dir Ein Zu Flößen Als Er Vor Denen Hat Aber Wir Socken Hier Vielleicht Nicht Weiter Reden Ich Ich glaube Wir Kriegen Einmal Die Zuhörer Ja Also Davut Würde Zu den Leuten Gehen Das Ist Ein Internes Ritual In Unser Legion Beachten Sie Es Einfach Gar Nicht Und Würde Probieren Die Leute So Ein Bisschen Abzulenken Dass Sie Sich Wieder Ihrem Tag Werk So nackt Stellst Du Könnt Könnt Dann Zumindest Versuchen In So Eine Ruhige Ecke Zu Setzen Und Dann Nach Sicherlich Halben Stunde Seid Auch Wieder Ungestört Also Junius Ist Bei dir Alles In Ordnung Ja Junius Nimmt Noch Mal Ein Schluck Von Seiner Karaffe Die Er Vorhin Zu Sich Gezogen Hat Ja Alles In Ordnung Aber Man muss Man Bis Die Einem Die Frechheit Austreiben Das Neue So Zugekommen Und So Über Offenen Verrat Platten Plaudern Ja Er hat Glück Ghabt Dass Der Rest Von Euch Hier Sonst Hätten Wir Ihn So Drängt Wäre Auch Nicht Der Erste Nein Mein Plan War Es Nicht Ihn Zu Ersäufen Aber Nur Eben Mal Einen Vorgeschmack Zu Geben Auf Den Rhein Wo Er Sich Abtreiben Lassen Wollte Naja Ist Nicht Der Erste Verräter Den Wir Sein Ende Gesetzt Haben Aber Jetzt Lebt Er Ja Dann Würde Ich Mal Auf Den Rücken Hauen So Wollen Wir Dann Aus Dieser Wunderschönen Stadt Verschwinden Unsere Informationen Eins Sagen Mal Und Dann Loslaufen Vielleicht Sollten Wir Uns Nachdem Wir Das Protokoll Gelesen Haben Vom Vorher Noch Einmal Besprechen Wenn Wir Weitere Informationen Haben Ja Unser Kundschaft Er Spricht Weise So Soll Es Sein Ja Wenn Ihr Mögt Könnt Ihr Euch Dann Auch Wieder Zurück Ziehen Nachdem Ihr Gebadet Habt In Eine Der Zahlreichen Gaststätten Einkehren Und Dort Auch Ein Gutes Bett Genießen Dann Schreiben Wir Den Nächsten Tag Und Ihr Könnt Ja Bei Ein Gemeinsamen Frühstück Guter Warmer Brei Mit Einigen Früchten Weintrauben Die Da Reingedrückt Worden Sind Ja Rosinen Und Ja Nachdem Ihr Euch Gestärkt Habt Könntet Ihr Gemeinsam Wieder Aufstellung Nehmen Vor Dem Präfekten Palast Ist es Nicht Dem Regierungsgebäude Der Großen Basilika Und Dort Stehen Auch Wieder Legionäre Die Arbeit Tun Euch Auch Wieder Zunicken Wenn Sie Erkennen Als Brüder Am Geister Und Wenn Ihr Sonst Erstmal Nur Wartet Dann Würde Nach Einiger Zeit Auch Markus Auf Euch Zukommen Der Assistent Des Präfektus Guten Morgen Die Götter Mit Euch Bei Jupiter Salve Markus Sei Gegrüßt Salve Ihr müsst Junius Sein Ihr wart Gestern Beim Präfekten Ihr seid Felix Gut Ja Der Bin ich Gut Dann Wir Sollten Uns Am Besten Zurück Ziehen Ich Habe Eine Stillere Kammer Und Nun Ja Die Verhörprotokolle Ich Habe Sie Bei Mir Klopfte Einmal Unter Seinen Arm Wo Ihr Schriftrollen Erkennen Könnt Die Zusammen Gerollt Sind Und Würde Euch Dann Gemeinsam An Legionären Vorbei In Richtung Des Atriums Führen Dort Auf der Linken Seite In Einen Der Stilleren Räume Auch Ohne Fenster Gehen Wo es Auch Keine Geräusche Vom Markt Mehr Gibt Das Einzige Was Ihr Noch Etwas Vernehmen Könntet Wäre Das Rauschen Vom Rhein Aber Ansonsten Keine weiteren Stimmen Oder Geräusche Von Vögeln Oder Sonst Gar Nicht Tisch Auch Neben Karten Material Von Germanien Und Es Viel Ist Nicht Da Aber Das Was Eben Dort Ist Mit Einigen Wenigen Punkten Kreuzen Dörfern Die Das Wohl Darstellen Sollen Einige Markierung Auch Das Verhör Protokoll Aus Eure Leute Sind Vertrauens Würdig Gehe Ich Mal Jetzt Davon Aus Ihr Geht Alle Gemeinsam Rüber Hab Ich Geh Du Mitten Von Davut Dem Ist So Jeder Einzelne Von Uns Meint Juniors Blick Nochmal Zu Ketogenos Der Wird Auch Nur Still In Ecke Stehen Und Gar Nichts Sagen Nur Sehr Verdrießlich Einschauen Gut Also Wie gesagt Ihr Hattet Euch Interessiert Für Diesen Spion Sein Name War Adalbert Er Kam Vor Nun Ich Weiß Nicht Genau Vor Im Letzten Jahr Kam Er Zu Uns Über Die Grenze Und Hat Verhandelt Und Ja Wir Haben Ihm Zunächst Die Sachen Gegeben Die Er Wollte Und Die Informationen Waren Das Dann Wohl Wert Immer Sprache Von Nun Ja Nicht Nur Vespasianus Lucanus Fabius Sondern Auch Von Anderen Dingen Wir Hätten Ih So Dass Wir Dann Gesagt Haben Nun Ketzerei Darf Gekreuzigt Werden Das war Dann Die Entscheidung Von Perfectus Und Hat Auch Jeder Mitgetragen Eine Gute Entscheidung Aber Wir Haben Wie Gesagt Einiges An Material Von ihm Bekommen Und Ja Ignorieren Wir Einfach Seine Ketzerei Wäre Es Für Euch Möglich Uns Diese Frevel Und Ketzereien Näher Zu Bringen In Welche Richtung Hat Er Über Römischen Götter Gelästert Nun Ja Das Auch Aber So Sind Sie Barbaren Eben Nein Was Er Sagte War Das Varus Der Gefallene Feldherr Dass Er Wohl Noch Naja Wir Haben Es Als Erstens Nicht Ganz Verstanden Unser Germanisch Oder Unsere Kaldischen Übersetzer Waren Sich Nicht Ganz Sicher Sie Sprachen Von Draude Er Lebt Aber Er Lebt Nicht Er Ist Tod Aber Er Ist Nicht Tod Zumindest Soll Varus Wohl Gestorben Sein Aber Er Läuft Immer Noch In Den Wäldern Umher So Sagte Man Es Sein Nun Ja Ein Ehrbarer General Gewesen Zumindest Bis Zu Sein Ende Hat Große Gute Schlachten Geführt Und Nun Nachdem Er Nicht Davon Ablassen Wollte Haben Wir ihn Gekreuzigt Wie Zunge Haben Wir Vorher Auch Ausgeschnitten Was Man Eben So Tut Brandmale Römische Kundlichkeit Knucht Junius Wie Sprache Davon Angst Erfüllt Oder Stolz Tja Das ist das Merkwürdige Er Selbst Kam Wohl Aus Den Verschiedenen Ortschaften Ist aber Auch Dann Aufgrund Des Neuen Klimas Dort In Richtung Süden Geflohen Er Wollte Noch Mehr Geld Von Uns Haben Noch Mehr Materialien Zum Ich Weiß Nicht Ansiedeln Gallien Soll Er Ziehen Wohin Auch Immer Das Interessiert Uns Da Nicht Wenn Ein Einzelner Germane sich In Richtung Süden Ansetzt Und Dann Sich Selbst Zivilisiert Aber Wir können Nicht Dulden Dass Er Dort Unten Wenn Er In Gallien Ist Und Mit Der Anderen Bevölkerung In Kontakt Kommt Dass Er Dann Die Behauptung Von General Varus Als Traugre In Die Welt Setzt Sein Ruf Wurde Auch Schon So Beschmutzt Hat Er Versucht Seine Frevel Zu Widerrufen Als I Mit Sie Redet Weiß Man Ob Er Gefoltert Wird Das Weiß Ich Nicht Das Wusste Er Auch Nicht Aber So Wie Wir Die Germanen Kennen Das Haben Sie Mit Arminius Ja Auch Schon Gemacht Arminius Ist Ja Auch Naja Einige Sagen Dass Er Wohl Germane War Andere Sagen Dass Er Römer War Aber Er Hat Zumindest Für Die Germanen Dann Den Krieg Erführt Gegen Varus Ich Kann Mir Gut Vorstellen Dass Sie Ihn Mit Ihrer Kultur Einigen Versuchen Näher zu Bringen Und Dann Lassen Sie ihn Vielleicht In 5 6 Jahren Frei Und Dann Kommt Er Wieder Zurück Zu Uns Und Ist Spion In Unseren Reihen So Was Könnte Ich Mir Vorstellen Aber Ich Weiß Nicht Ob Er Gefoltert Wird Er Lebt Zumindest Ja Das Sind Erstmal Sehr Gute Nachrichten Hier Auf der Karte Könnt Ihr Sehen Hier Ist Opidium Ubiorum Das Ist Die Rheintsche Grenze Dort Drüben Befindet Sich Ossenbreck Dort Solltet Ihr Irgendwo Eure Schlacht Finden Und Noch Etwas Weiter Nördlich Kalkriese Dort Soll Sich Wul Vespasian In Gefangenschaft Befinden Ob Er Gefoltert Wird Oder Nicht Aber Deswegen Seid Er Hier Um Den Fabian Zu Retten Wir Werden Uns Der Ganzen Sache Annehmen Und Uns Sein Befinden Versichern Und Geben Die Protokolle Sonst Noch Irgendwas Nützliches Informatives Über Diese Ortschaft Herr Tja Also Der Anführer Des Dorfes Soll Wohl Raban Sein Was auch Immer Das Für Ein Name Ist Kein Guter Römer Würde Jemals Raban Heißen Aber Das Sind Ja German Aber Das Soll Der Anführer Von Ihnen Sein Sie Haben Auch Hexen Eine ganze Menge Hexen Apropos Falls Sie Einen Führer Braucht Oder Eine Führerin Aktuell Befindet Sich Einer Bei Bei Uns Auf Dieser Seite Sie Ist Wohl Die Tochter Von So Eine Politische Heirat War Es Wohl Mit Den Keroska Sie Ist Selbst Sueben Aber Wurde Mit Den Keroskan Verheiratet Ich Kenne Mich Mit Diesen Ganzen Germanischen Stämmen Nicht Aus Für Mich Sind Sie Alle Gleich Aber Man Kann Im Prinzip Dafür Dass Sie Dann Fungieren Bei dem Wort Hexe Wird Davut Kreide Bleich Wieder Selbstverständlich Sie Spricht Akzeptables Römisch Und Auch Germanisch Gallisch Wenn Ihr Sie Haben Wollt Sie Ist Wie Gesagt Aktuell Vor Ort Ist Sie Der Römischen Sache Zugeneigt Ich Würde Ja Gerade Wenn Ihr Drüben Seid Würde Ich Ihnen Niemals Vertrauen Das Nicht Nein Nein Aber Sie Kann Euch Mit Ihrem Hintergrund Gute Dienste Leisten Tut Das Gold Oder Was Verlangt So Eine Hexe Im Gegenzug Tja Das Wohl Ihr Eigentlicher Mann Atticus Ist Gestorben Vor Zwei Jahren Und Weil Es Eben Wieder So Ein Politisches Ding War Konnte Sie Wollen Nicht Neu Heiraten Ich Bin Wie gesagt Da Nicht Ganz Sicher Sie Hat Aber Keine Kinder Bekommen Alles Ganz Schwierig Für Sie Als Witwe Und Dementsprechend Verdient Sie sich Als Hexe Als Kräuterweib Auf Gold Ist Sie Angewiesen Sie Braucht es Sonst Und Und Ja Verhungert Sie Die Gemeinschaft Hat Sie Ausgestoßen Sie Ist Zwei Germanen Aber Ohne Dorf Also Ich Denke Sie Wäre Nützlich Ich Wäre Dafür Dass Wir Sie Mit Nehmen Aber Das Muss Letztendlich Junius Entscheiden Aber Wird Noch Bleicher Oh Ich Halte Es Für Keine Idee Eine Hexe Mit Uns Zu Führen Was Sollten Nur Die Götter Davon Halten Hexen Sind Gefährlich Da Habt Ihr Recht Das Bringt Ein Schlechter Omen Der Priester Sagt Schlechter Omen Der Titus Sagt Ist Nicht Gut Und Das Blick Noch Mal Zu Davut Der So Bleich Ist Runzelt Die Stirne Mein guter Zahin Ich Glaube Ihr seid Überstimmt Aber Vielleicht Wir sind Eine Armee Einheit Das Ist Keine Demokratie Wollte Kann Er Sagen Ich Führe Die Kurie Wenn Ihr Sagt Nein Dann Kommt Sie Nicht Mit So Ein Fall Ist Das Und Ich Vertraue Sehr Wohl Eure Entscheidung Junius Greift Sein Gürtel Zieht Dann Einige Gute Goldstücke Raus Und Reicht Zahin Mein Freund Zahin Ihr Könnt Einmal Mit Ihr Reden Vielleicht Und Viele Informationen Bekommen Wie Ihr Wollt Wie Ihr Könnt Das Magelon Für Die Informationen Sein Und Das Ist Eine Gute Idee Dann Müssen Wir Sie Mit Nehmen Und Sie Gefällt Aber Zumindest Können Wir Ein paar Informationen Von Ihr Kriegen Davut Würde Zahin Etwas In Die Hand Drücken Und Wenn Du Die Hand Wieder Auf Machst Das Ein Kleiner Aus Eichenholz Gefertigter Adler Eine Art Schutzbringer DNA Neulich Erhalten Hat Von Felix Was Glaube Ich Oh Danke Das Ist Freude Ich Euch Also Nehmt Diese Aufgabe An Sein Aber Ja Keinen Fall Zaubern Ich Werde Auf Der Hut Sein Ich Würde Aber Vermuten Da Ich Ein Heiler Bin Und Ein Hexe Auch Selbst Wie Ein Heiler Ist Dass Sie Mir Gegenüber Gar Nicht So Böswillig Eingestellt Sein Wird Sei Einfach Vorsichtig Sein Beweis Nicht Mit Was Für Na Dunklen Magie Sie Sich Einlässt Ja Natürlich Wird Dieses Amulett Dann Auch Gut Werter Markus Ja Ich Kann Ich Was Höch Tun Wie Sagt Der Anführer Dieses Dorf Ist Kalkriese Laut Heister Rabban Und Dass Auch Hexen Besiedlung Beschützt Gibt Es Dort Auch Eine Paisade Oder Eine Mauer Und Weiß Man Etwas Über Wie Viele Krieger Sie Haben Tja Krieger Haben Sie Wohl Nicht Viele Wenn Sie Den Kampf Ziehen Dann Sammeln Sie Aus All den Dörfern In der ganzen Umgebung Ihre Kämpfer Krieger Würde Ich Sie Nicht Nennen Aber Sie Haben Wohl Einen Großen Hinkelstein So Wird Er Hier In Gallien Genannt Einen Monolithen Großen Stein Der Am Dorfrand steht Hütten Sind Es Nicht Viele Vielleicht Fünf Oder Sechs Ist Ein Kleines Dorf Aber Einflussreich Vor allem Durch Die Hexen Wenn Wenn wir Ungesehen Dorthin Kommen Könnte Ein Einzelner Überfall Auf Die Richtige Hütte Den Es Passian Befreien Wir Sind Weg Bevor Bevor Die Krieger Versammelt Werden Oder Glück Haben Bevor Diese Hexen Wissen Was Passiert Ist Sie Bauen Auch Keine Gebäude Aus Stein So Wir Wie Wir Es Tun Sondern Aus Holz Und Stroh Ein Bisschen Feuer Und Schon Sind Sie Dahin Das Trifft Sich Doch Ziemlich Gut Dann Werden Wir Wohl Unseren Einkauf An Ölen Noch Etwas Erweitern Aber Lasst Euch Da Drüben Nicht Vom Wetter Täuschen Das Ist Auch Das Was Wir In Letzten Jahr Erfahren Haben Gerade Als Ihr Von Der 19 Dann Wieder Rüber Gekommen Seid Wir Hatten Einige Kundschafter Oder Auch Spione Sie Alle Berichteten Davon Dass Nebel Verhangen Ist Nicht So Regen Wie Hier Dort Drüben Ist Immer Nebel Die Sonne Scheint Dort Nicht Die Wälder Sind Dicht Mag Vielleicht Ein Vorteil Für Euch Sein Wenn Ihr Betarnt Gehen Wollt Aber Lauft In Keine Falle Mögen Die Götter Bewahren Das Wird Und Schon Nicht Geschehen Wie Mit Unserem Dekorio Ausgezeichnet Und Und Ab Dank Für Die Auskunft Markus Hat Einer Von Euch Noch Fragen Die Unes Blick Zu Seinen Männern Den Schüttelt Den Kopf Scheint Nicht So Dann Möge Mars Euch Geleiten Auf Dass Euren Feinden Die Haut Abzieht Er Gibt Euch Den Die Hand Zum Krieger Gruß Jedem Einzelnen Von Euch Und Mit Weiteren Glücks Wünschen Würde Euch Da Nach Draußen Bringen Und Wieder Draußen Auf Den Marktplatz Entlassen So Jetzt Aber Sollten Wir Uns Den Verdienten Schlaf Genehmigen Geschlafen Hattet Ihr Schon Achso Ich Dachte Das Immer Noch Abends Nee Es Ist Der Nächste Morgen Alles Gut Kein Problem Seitdessen Sollten Wir Einkaufen Gehen Und Seien Sollte Dringend Dieses Gespräch Führen Ja Ich Würde Vorher Noch Kurze Kräuter Abholen Die Medihändler Zurück Gelegt Hat Ja Ausgezeichnet Ihr Wollt Ein Stier Kaufen Oder Was Mögt Ihr Sonst An Opfer Tier Oder Anderen Vorräten Noch Irgendwas Besonderes Ja Also Die Zurück Gelegten Medizin Klar Und Ich Möchte Schauen Dass Ich Leere Schriftrollen Habe In Die Irgendwas Reinschreiben Kann Und Entsprechendes Schreibzeug Die Sollte Auch Bekommen Kein Problem Hier auf dem Markt Ja Davut Wird ja Wahrscheinlich So Wanderschaft Verschiedene Kräuter Aus der Region Auch Eingesammelt Haben Die Würde Auf jeden Fall Auch Bei der Opferung Mit Allein 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 Wegen Natur Göttern Aus Germanien Dass Die Auch Befeiligt Sind An diesem Opfer Genau Super Ja Dann Kann Während Zain Seine Kräuter Abgeholt Hat Kann Felix Dann Sein Stier Vorbereiten Kann ihn Dann Mit Den Richtigen Symbolen Dann Weihen Damit Du ihm Dann Letztendlich Die Kehle Aufschneidest Und Dann Das Blut Vergießt In dem Blut Liest In den Gedärmen Liest Das Fleisch Brätst Den Opfern Weißt Es Dann Selbst Verzerrst Was Man Eben So Alles Tut Kann Dann Auch Ein Großes Gelager Auf dem Markt Dann Feiern Mit All den jenigen Wenn Das Fleisch Schon Übrig Bleibt Die Hungrigen Soldaten Dann Damit Nähren Was Eben Dazugehört Ja Und Während Du Dich Vorbereitest Und Fleisch Vom Stier Gibt Kann Medicus Zain Sich Etwas Herum Fragen Und Findet Dann Am Rhein Im Fluss Ufer Sitzend So Halb Im Schlamm Eine Junge Dame Du Würdest Sie Vielleicht Auf Mitte 20 Schätzen Die Jetzt Auf Grund Ihrer Position Wo Sie Sitzt Schon Sehr Schlammig Ist Ihre Hose An Sich Ist Aber Auch Schon Sehr Natur Verbunden Grün Zumindest Grün Gewesen Mittlerweile Eher Schwärzlich Ihre Haare Sind Schwarz Und Verfilzt Hängen Ihr So Ein Bisschen Im Gesicht Und Als Du Dann Auf Sie Zu Kommst Würde Sie Tatsächlich Einfach Mal Interessiert Sich In Deine Richtung Umdrehen Und So Ein Bisschen Dich Mustern Mit Ihren Augen Sie Noch Etwas Weiter Öffnen So Dass Sie Riesig Groß Betrachtet Du bist berührt worden Ich möchte gerne mal Mythologie oder sowas würfeln Es war eher eher so ein Reflex Dass du an deine Schriftrollentasche Gegriffen hast Als sie das sagte Tod Damit meinte sie nicht Den Tod Sondern Den Namen Tod Die Pergamentrollen Des Tod Und Es ist fast so Als Würden diese Schriftrollen Dich Kontrollieren Als würden Dich diese Schriftrollen In ihre Nähe Gezogen haben Als Hätten sie Ein Ein eigenes Bewusstsein Sie Fährt An Deiner Hand Entlang Beziehungsweise Dreht sie einmal Sodass sie In deine Handfläche Blickt Mit der Anderen Hand Sie lässt die Kräuter los Die sie gerade Wohl noch Irgendwie Aus dem Schlamm Gezogen hat Greift Macht Deine Hand Auf Und Liest Jetzt In deiner Hand Oberfläche Fährt dann So mit ihren Fingern Unglaublich Lange Fingernägel Fährt sie So ein Bisschen In diesen Rillen Entlang Du bist Das Kind der Sphinx Deine Lebenslinie Ist sehr Lang Dann Hört sie Auf Er Sagte Die Götter Hätten Mich Berührt War das Als sie Mich Vor der Pest Gerettet Haben Das ist Lange Das ist Lange Her Bast Und Seebeck Und Seht Der Mann Mit Den Tausend Masken Ihr Sprach Von Tod Das Der Autor Dieser Schriftrolle Und ich Will die Schriftrolle Mal rausholen Und Mal ein Stück Davon Sie Reißt Es Dir Aus Den Händen Eigentlich So Schnell Sie ist Wieder Zurück Sie versucht Es Sie versucht Es Zumindest Und Starter Auf die Hieroglyphen Die Schriftzeichen Die sie Unmöglich Lesen Kann Gib es Mir Wir haben Uns Gerade erst Getroffen Diese Schriftrolle Ist mir Sehr Wichtig Wenn ich Euch Mehr Vertraue Sehr Wohl Aber Erst einmal Möchte Ich Ein wenig Mehr Mit Euch Unterhalten Was Möchtest Du Wissen Nun Du bist Eine Hexe Und Du meintest Dass ich auch So etwas wie ein Hexer sei Ich betrachte mich Selbst ein Heiler Und Heilkunst Der Hexen Ist Berühmt Ich würde Gern mehr Über die Heilkunst Der Hexen Ich kann Es dir Zeigen Wenn du Möchtest Darf Ich Sehr Gerne Was Was Für Kräuter Sammelt Ihr Hier Vergiss Die Kräuter Und Damit Drehst Sie Jetzt Vollständig Zu Dir Nimmt Die Hand Die Sie Immer Noch Eben In der Hand Hatte Also Nicht Diejenige Mit Deiner Pergament Rolle Sondern Die Andere Wo Sie Die Lebenslinie Gerade Gelesen Hatte Und Fängt Jetzt An Zu Murmeln Du Verstehst Sie Nicht Ganz Yeah Yeah Ja Tot 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 Und Währenddessen Kannst Du Spüren Wie Deine Hand Wehtut Verkrampft Du Merkst Und Siehst Auch Wie Wie Sich Die Adern Abzeichnen Und Ja Du Siehst Wie Deine Hand Zu Einer Klaue Wird Wie Sie Verschrumpelt Du Siehst Wie Das Fleisch Von Deiner Hand Sich Weg Zieht Und Im Prinzip Die Haut Brüchig Wie Das Pergament Wird Was Du Selbst In Deiner Anderen Hand Hast Der Schmerz Ist Unglaublich Stark Und Dann Hört Sie Auf Du Siehst Wie Die Hand Die Du Eben Noch Die Sie In Hand Hatte Zu Ein Kleinen Häufchen Ja Deine Hand Ist Mumifiziert Keine Pergamente Oder so Etwas Die Darum Gelegt Woren Sind Sie Ist Einfach Verkrüppelt Ich hoffe Ihr könnt Das Wieder Rückgängig Machen Das Ist Deine Aufgabe Ich Hatte Befürchtet Dass Ihr Soweit Das Sagt Ich Schau Mich Mal Oben Sind Hier Römische Soldaten In der Nähe Ne Ihr Setzt Abseits Des Rheins Du bekommst Erstmal 1 W10 Schadens Stabilitätsprobe Dann Darfst Du Noch Eine Stabilitätsprobe Hinterher Ablegen Und Auch Da Dann 1 W10 Geistige Stabilität Fressen Zwei Trefferpunkte Hast Du Noch Genau Und Bei Stabilität Kannst Du Einfach Drauf Klicken Auf 75 Dann Solltest Du Eigentlich Eine Stabilitätsprobe Machen Das Ist Gelungen Dann Verlierst Du 1 W10 Halbiert Also Einfach Mal Den W10 Würfel Und Halbieren Wir Das Ergebnis Es Sind Nur 5 Ja Der Schmerz Ist Grausam Während Du Deinen Mumifizierten Arm Anblickst Du Versuchst Ihn So Ein Bisschen Zu Bewegen Er Fühlt Sich Alt An Alt Unglaublich Alt Und Als Würde Auch Nicht Mehr Zu Dein Körper Gehören Und Du Merkst Auch Wie Die Haut Rissig Wird Brüchig Und Du Hörst Auch Dieses Knacken Von Deinen Knochen Oder Reißen Von Deinen Knochen Du Solltest Deinen Arm Nicht Weiter Bewegen Sonst Fällt Er Tatsächlich Noch Ab Ja Gut Dann Ähm Wie Müsst Ich Laufen Damit Irgendwie Macht 50 Meter Würdest Du Sagen Also Dann Bist Du Zumindest Wieder Im Inneren Der Stadt Ob Dann Noch Direkt Eine Wache Da Ist Aber Ja 50 Meter So Weit Ist Es Nicht Als Wäre Das Vielleicht Irgendwie Bei uns Bruch Ihr Gegenüber Okay Ich Hohle Die Schriftrolle Raus Und Wurde Jetzt Tatsächlich Mal Versuchen Mit Tiefen Und Wie Ich Das Schon Öfters Abends Gmacht Hat Diese Schriftrolle Zu Lesen Und Ja Dieses Hand Zurück Zu Verwandeln Ja Gemacht Hast Das Selbstverständlich Noch Nie Es Fühlte Sich Mal Sehr Natürlich An Und Oftmals Fühlst Du Dich Danach Wie So In Trance Und Ja Wenn Du Jetzt Selber Dieses Ding Anfängst Über Dieser Schriftrolle Dich Hin Diese Wunden Zu Entreißen Die Schadzauber Abzustreifen Die Narben Wieder Zu Neuem Fleisch Zu Machen Da Stellst Du Fest Auch Dass Du Nach Und Nach Zu Kraft Kommst Und Der Das Fleisch Des Mumifizierten Arms Dann Eben Auch Wieder Nach Und Nach Wächst Von Innen heraus Es Gelingt Bei den Göttern Das Ist Wahrlich Wunderhaft Bemerkenswert Ja Er Betrachtet Seine Hand Und Bewegt Sie Ein Wenig Schaut Ob Das Immer Wehtut Ja Wenn Das Nicht Der Fall Ist Baut Er Sie Einmal Terzweil zur Faust Wir Sind Beide Gesegnet Von Den Göttern Wohl Recht Können Alle Eure Hexen So Etwas Nein Können Sie Nicht Darüber Solltest Du Froh Sein Aber Die Meisten Der Anderen Frauen Nun Sie Beten Andere Wesen An Dunklere Wesen Es Sind Viele Geworden Viele Sagt Ihr Könnt Ihr Mir Etwas Mehr Über Diesen Kult Falls Man Es So Nennt Erzählen Ein Bekannter Von Mir Plant Eine Reise Auf Die Andere Seite Des Rheins Zu Diesen Schwierigen Zeiten Könnt Ihr Mir Ein Ein Paar Tipps Geben Wie Man Sich Dort Verhalten Sollte Ich Kann Euch Auch Mit Ein Paar Münzen Dafür Bezahlen Gib Mir Die Münzen Gib Ja Mal Ein Drittel Der Meide Die Bäume Mein Tipp Lautet Meidet Die Bäume Bestimmte Bäume Oder Alle Bäume Alle Bäume Ein Jeder Baum Kann Einer Von Ihnen Sein Eine Der Kinder Ähnlich Wie Nur Latotep Hat Sie Nicht Tausend Masken Sondern Tausend Kinder Diese Kinder Was genau Sind sie Sie sind Die Bäume Sind sie Schnell Kann man Vor ihnen Weglernen Wenn man Sie sieht Ich weiß Es Nicht Sie Töten Sie Töten Und Fressen Man Sagt Hier Man Sagt In Rom In Germanien Besteht Alles Sind Überall Wälder Da wo Die Wälder Aufhören Fängt Ein Sumpf An Und Da wo Der Sumpf Aufhört Fängt Wieder Ein Wald An Alle Bäume Zu Vermeiden Klingt Schwierig Dann Musst Man Dann Sollte Solltet Ihr Nicht Übersetzen Sind Die Sumpfe Tatsächlich Sicherer Dort Drüben Ist Gar Nichts Mehr Sicher Etwas Schwarzes Auf Der Straße Etwas Das Kein Baum Ist Aber So Aussieht Etwas Großes Schwarzes Was Dort Hockt Und Wartet Mit Armen Wie Seile Die Sich Ringeln Und Strecken Es Kriecht Den Hügel Hinauf Zum Altar Und Den Opfern Und Das Schwarze Ungeheuer Aus Deinen Träumen Das Schwarze Schleimige Faden Ziehende Schwabblige Baumungeheuer Aus Dem Wald Es Kriecht Und Fließt Auf Den Hufen Und Seinen Mündern Mit Schlangen Ähnlichen Armen Näher Und Näher Und Näher Es Irgendein Schutz Wie Zum Beispiel Ein Irgendwelche Symbole Amulette Einige Von Den Alten Keroskern Tragen Amulette Sie Mögen Helfen Könntet Ihr Mir Die Symbole Aufmalen Die Darauf Zu Finden Sind Ich Würd Ja Tinte Und Feder Und Schriftrolle An Leere Schriftrolle Hinhalten Sie Fängt An Zu Lachen Lachen Zu Wieren Das Klingt Fast Wie Eine Ziege Und Dann Lässt Sie Durch das Pergament Wieder Einstrecken Sie Streicht Einfach Nur Kurz Mit Ihrer Hand Über Den Schlamm Vor Ihr Wisch Den Mal Glatt Und Zeichnet Dann Ein Symbol In Den Schlamm Das Du Schon Kennst Das Symbol Befindet Sich Um Den Hals Von Titus War das Was Auf Den Pferden Zu Finden Ist Auch Das Was Auf Den Pferden Zu Finden Ist Nun Ja Viel Erfolg Sichte Der Um Her Schauende Zuschauenden Jupiter Was hat das Zu bedeuten Priester Was hat das Zu bedeuten Der Heilige Stil Gutes Zu Bedeuten Macht Euch Keine Sorgen Dieser Hier War Zwar Für Jupiter Jedoch In Angedachten Einer Anderen Unternehmung Ihr Müsst Euch Keine Gedanken Machen Die Römischen Götter Sind Stark Und Sie Senden Nur Ein Zeichen Das Vielleicht Auch Falsch Gelesen Sein Mag Sind Klügere Köpfe Als Wir Sind Die Sich Darüber Den Kopf Zu Zerbrechen Mögen Aber Heute Gibt Es Wohl Kein Fleisch Das Hat Jupiter Entschieden Kein Fleisch Für Die Götter Kein Fleisch Für Jupiter Bei Seinem Stein Bei Seinem Stein Wir Sind Verloren Wir Werden Gibt mir mal eine Probe auf Überzeugen Zeigen Beziehungsweise Für Wie nennt sich das hier Ich muss gerade mal schauen Überzeugen Psychologie Dann überzeugen Hast du 15 Mach mal Psychologie Richtig Leider nicht Ja Du könntest Glückspunkte ausgeben Wie viele hast du denn 15 Glückspunkte Das ist natürlich auch Eine Hausnummer Sag ich mal Dann lass den Wurf So Okay Ja du kannst Sehen wie sich die Menge die sich eben Vor dir Erwartungsvoll Aufgebaut hat Sich So schnell Auch wieder Verteilt Und Allesamt mit Wehklagen In den Ohren Teilweise halten sie Sich dann ihre Hände über den Kopf Damit der Blitz Nicht auf sie Einschlägt Auch wenn es Es regnet Zwar aber nach Blitzen Sieht es nicht aus Nach Gewitter Aber die Stimmung Schon am frühen Morgen Direkt dann auch Ruiniert Ja ich werde mehr Holz nehmen Auf das Feuer werfen Sodass das ganze Fleisch verbrennt So dass Ja Das was übrig Verblieben ist Noch als Opfer Für Mars Durchgelt Ausgezeichnet Was tun die Anderen Legionäre Wenn sie sehen Wie Felix mit dem Opfer umgeht Ja Als die Menge Den Platz verlässt Und sich teilt Offenbar Dass sich das Junius auch In der Menge Stand Aber er bleibt Still und Starr dort stehen Blickt auf den Stier vorne Den Maden Und das Ist das Aufgeschichtete Feuerholz Nimmt einen Schluck aus dem Weinschlauch Und schaut dann Eigentlich nur noch Weiter zu Vielleicht ein bisschen Selbstzufrieden Oder was kann man In deinem Blick lesen Er Blickt Starre Definitiv Nicht selbstzufrieden Was ist mit Titus Ja der steht da Kurz vor der Verzweiflung Ich nehme mal an Ich kann Das Nur so Interpretieren Dass das Richtig Richtig Schlecht Für uns läuft Weil wenn das Götteropfer Schon Nicht gut Laufen ist Dann Läuft die Schlacht In der Regel Ja auch Schlecht Noch kannst du Deine Seite Wählen Du bist Einer der Einzigen Ich würde Eher Vorwurfsvoll In Richtung Von dem Spanier Gucken Weil der ist Nämlich an allem Schuld Du siehst Wie er dir Noch einen Blick Zuwirft Am Trittern Am Suchend An Davut Heran Davut Du siehst es doch auch Lass uns noch Zain überzeugen Ägypter Pannonia Und der Spanier Lass uns Zusammenarbeiten Das macht Das macht keinen Sinn Dass wir jetzt Rübersetzen Nur Junius Und Felix Sind Naja Glaubst du wirklich Dass Titus Römer ist Davut wird Auf jeden Fall Sehr sehr Unschlüssig Und sehr sehr Verzweifelt Reinblicken Weil er ja auch Seine Vorgeschichte Schon hat Zu diesen ganzen Ereignissen Da drüben Wartet die Hexe Auf dich Und sie wird Dich fressen Er sticht Genau in diese Kerbe rein Die er jetzt wohl Auch bei dir Erkannt hat Ich weiß nicht Was mit Titus ist Wir können Titus Auch nicht vertrauen Niemand kann ihm vertrauen Aber Der Priester ist alt Und dann ist es nur noch Der Dekurio Wir müssen sie ja gar nicht Selbst umbringen Wir müssen uns einfach Nur im Wald von ihnen Absetzen Wir werden unsere Leute Nicht umbringen Wir machen Nachtwache Wir machen Nachtwache Wir nehmen das Gold Von Rusticus Und dann setzen wir uns In der ersten Nacht ab Komm schon Ich werde sie nicht In den Stich lassen Aber wir müssen Überzeugen Sie überzeugen Dass wir nicht rüber gehen Aber ich werde auf keinen Fall Meine Leute in den Stich lassen Dafür haben wir schon Zu viel durchgemacht Du sollst sie doch gar nicht Im Stich lassen Du redest davon Dass wir fliehen sollen Wenn Auf der Nachtwache Nein Wir nehmen uns das Gold Und in der ersten Nacht Sind wir wieder drüben Wir sagen Sie sind tot Meine Sie sind ja nicht tot Wir müssen sie nicht umbringen Sie haben ja einen Gladius Und können dann immer noch Gegen Gegen irgendeinen Fabian Wir sind keine Feiglinge Wir sind die 19. Religion Das ist Wahnsinn Du siehst doch Was mit dem Stier passiert Natürlich ist es Wahnsinn Aber David wird Merklich Innerlich zerrissen sein Gerade Er bohrt dir Ebenso wie es die Hexe getan hat Das kann er natürlich nicht wissen Aber er bohrt dir jetzt Seinen Finger in die Brust Die Hexe wird dich fressen Das fühlt sich fast an Wie so ein Déjà-vu Aber Dann dreht er sich Von dir weg Und du kannst auch sehen Wie wohl Titus gerade In eure Richtung geguckt hat Können wir Worüber die reden Dann gib mir mal Ein Horchenwurf Ja Das ist natürlich Alles relativ laut hier Ich bin gerade am überlegen Ob Davut Irgendwie eine psychische Reaktion Darauf hat Irgendwie zusammenbricht Oder irgendwie was Das könnte ich mir vorstellen So eine geistige Stabilität Solltest du vielleicht gar nicht würfeln Weil du nicht viel hast Aber Deswegen würde ich ja sagen Dass er irgendwie Ja Eine Schockreaktion Eine Traumareaktion Jetzt irgendwie Hat Was ich vermute Mit 58 Hab ich nicht gehört Was die da reden Aber Das kannst du ja allen nicht trauen Den Oftladen da Ich möchte dem Spanier Hinterher schleichen Aber Was du vielleicht Wieder sehen kannst Dass Davut Merklich wieder Kreidebleich geworden ist Ich denke also Dieses In Schockstarre Verfallen Und bleich werden Das ist so momentan Sein Ding Wenn es auf die Die Hexe Zu sprechen kommt Ich kann mir vorstellen Dass er jetzt wieder da Wie versteinert steht Und kreidebleich Und vielleicht irgendwie Noch auf seine Brust schaut Ja Dann Titus Hast du Ich muss gerade überlegen Irgendeinen Wurf Auf Heimlichkeit Schleichen Das ist eine sehr gute Frage Ich habe Verstecken Verstecken Dann gib mir mal Verstecken Das hast du sogar Auf 60 99 99 Ja Du schleichst Ihm hinterher Kannst ihm auch Relativ einfach folgen In der Masse Er würde zwar untergehen Aber Mit dem Blick Kannst du sehen Dass er wohl In Richtung des Rheins geht Wo dann wohl Auch eins von Flößen Anliegt Das sind nicht viele Aber so das ein oder andere Gibt es Das hättet ihr sonst auch Dann sicherlich Am Tag über genommen Und Er macht sich da wohl Gerade an den Flößen Zu schaffen Kannst da wohl sehen Wie er gerade ein Messer Rausgeholt hat Hat aber noch nicht angefangen Und Er dreht sich dann wohl Noch mal um Um zu schauen Ob er beobachtet wird Und dann sieht er auch dich Und Kommt dann Nachdem er sich umdreht Auf dich zu Wie weit ist er vom Rhein weg Er steht im Prinzip Zwei Meter am Rhein So und da sind dann Die Floße sind da hochgezogen Und Wir liegen eben Direkte daneben So dass man sie dann Reindrücken konnte Ich möchte gerne Ihn anspringen Umlaufen Dass wir beide Im Rhein wanden Und dann versuchen Ihn zu ertränken Okay Gut Dann Ich muss gerade mal schauen Er hat seinen Bogen Nicht gezogen Ansonsten hätte er 50 Initiativpunkte Mehr als du So hast du aber Die erste Initiative Und kannst im Prinzip auch Also er käme Auf dich zugegangen Nicht aggressiv Aber Willst du mit dem Gladius Nee ne Du willst einfach Im Wahlkampf Ich glaube dass ich Gerade nicht geistig Auf der Höhe bin Und jetzt So gefühlt Ihn einfach ertränken will Weil Nein Was ich glaube ist Dass er sich jetzt Aus dem Staub machen will Und uns verraten möchte Dementsprechend Muss der Mann jetzt Oder ich vermutlich Einer von uns Auf jeden Fall Im Fluss landen Okay Gut Dann Ja du hast die erste Attacke Wenn du magst Dann schlag zu Genau Also ich will ihm halt Kein Schaden machen Sondern ich will die zurückdrängen Oder mit ihm zusammen Im Wasser an Wie auch immer Ist okay Er macht dir aber Schaden 24 Wir schauen gerade mal Er würde auf seine Parade Im Prinzip verzichten Sondern einen Gegenangriff machen Und dir Sein Sein Messer Auch in die Brust Direkt reinstoßen Macht da so ein Beziehungsweise Moment Das ist Ja es ist Faustkampf Das passt schon 35 Deine Probe ist allerdings Besser gelungen Du hast zwei Erfolgsstufen Er hat eine Erfolgsstufe Dementsprechend Größe Du warst auch ganz normal groß Ja du drängst ihn zurück Wie ein Ringer Er macht Meter rückwärts Noch einen Meter rückwärts Dann siehst du auch Wie der Schlamm Dir zur Hilfe kommt Und ja Kannst dann sein Sein Messer So ein bisschen auch Runtergedrückt halten So dass er zumindest Nicht in deinen Bauch kommt Er schneidet dich Allerdings am Arm Für Ich muss gerade mal schauen Ein D4 Plus Den Schadensbonus Also es ist einfach nur Ein D4 Ah ok Moment Hier Sind zwei Schadenspunkte Die du bekommst Ja wenn wir jetzt Am Wasser stehen Oder im Wasser sind Möchte ich gerne Seinen Kopf unter Wasser drücken So wie du es auch gestern Schon getan hast Ich versuche jetzt Diesen Mann zu erträgen Alles klar Dann ja Gib mir noch ein weiteres Mal Bitte den Faustkampf Natürlich Das ist sehr gut gelungen Aber auch er Versuch erneut Jetzt Weil er erkennt Was du getan hast Ich gebe ihm tatsächlich Einen Nachteil Weil er im Schlamm steht Also ein Würfel ziehe ich ab Und damit hast du Seinen Crit mit der 3 Verhindert Er ist auf der 73 Dementsprechend Du drückst ihn nach unten Dieses Mal ist kein Zain da Oder kein Davut Der dich dann Vor seinem Rücken runterdrückt Du legst dann Ja Erstmal sein Kopf Unter Wasser Und nachdem dann Seine Hand schlaff wird Kannst du zusätzlich Auch noch an seinem Hals drücken Du merkst wie Das Messer Aus seinen Händen Abtreibt Im Reinen Verschwindet Und dann hört auch er Irgendwann auf zu zucken Okay Weil Ich habe römische Gottheiten 20 Ich weil Kenne vermutlich Also den römischen Gott Mars Richtig Und Verräter Opfern ist dem Doch bestimmt Gefällig oder Also Mars Nimmt im Prinzip Jedes Opfer Mars ist da Nicht wählerisch Dann würde ich Einmal in Richtung Himmel blicken Und Ähm Vor allem wenn es Im Kampf geopfert wurde Was ja auch der Fall ist Du hast eigenes Blut gegeben Das ist ein gutes Opfer Nimm dir diesen Verräter Und segne uns Nimm uns Nimm dir diesen Verräter Und segne uns Nimm dir diesen Verräter Und segne uns Und dann Würde ich so lange Zudrücken Bis ich mir sicher bin Dass der Mann tot ist Und ihn danach Im Rhein Abtreiben lassen Ja es knackt auch einmal Als du irgendwas Vorne an seinem Kehlkopf Zerdrückst Und ja Du merkst auch wie Sein Halt Im schlammigen Wasser Nachgibt Sodass dann die Beine Wegtreiben Lässt dann den Den Kopf los Und er schwimmt Dann Ja flussabwärts Davon Die Götter Lächeln auf euch herab Ja ihr könnt euch Dann wieder sammeln Sain hat auch von dieser Situation Nichts mitbekommen Eventuell die Hexe Die dann Irgendwie flussabwärts sitzt Aber die nehmt er ja auch Gar nicht mit Und das ist Auch nicht weiter wichtig Ihr könnt euch dann Mal wieder sammeln Sain würde Bevor er zurückkehrt Noch aufschreiben Die Begegnung mit der Hexe Und Diesen Zauber Den die Hexe gewirkt hat Diesen Zauber Den Sain gewirkt hat Da würde er alles Solange die Erinnerung noch frisch ist Alles zu runterschreiben Was sie gemacht hat Was sie da gemummelt hat Was Sain Gemacht hat Und so Und dieses Ereignis ist für ihn halt Ja sehr interessant Also Sain war überhaupt Nicht vorsichtig Wie ihm das quasi Seine Kameraden Alle geraten haben Weil ihn für die wissenschaftliche Neugier Überkommen ist Und Ja die ist auch Nach wie vor noch sehr stark Und er Will das erstmal hier Möglichst detailliert Für die Nachwelt Festhalten Und Ja Erst wenn er das aufgeschrieben hat Dann wird das Auf alle Fälle Was man mal Recherchieren müsste Wenn man zurück In Alexandria ist Der Mann mit den Tausend Masken Nyarlathotep Sagte sie Ja Diese Namen Würde ich mir auch Auf jeden Fall Aufschreiben Ja Ungefähr Eine halbe Stunde später Kann Felix Sein Stieropfer Wendet haben Titus ist vom Fluss Wieder zurückgekommen Natürlich unbemerkt Deine Kleidung ist natürlich Ein bisschen schlammig Und auch ein bisschen nass Aber das geht Vielleicht dann auch Unter Wenn man sich das Nicht genau anguckt Also ich werde am Abend Bluten nehme ich an Oder Achso ja stimmt Das auf alle Fälle Das müsstest du dann Eventuell noch behandeln Oder Ja Das ist halt auch Eine Geschichte überlegen Was mit Kyptogedus Passiert ist Aber stimmt Das mit dem Arm Bluten Auf alle Fälle Das werden sie dann Bemerk Aber ihr könnt auf alle Fälle Dann nach einer halben Stunde Wieder zusammenkommen Ja Eine halbe Stunde wird Sein wahrscheinlich Mit seiner Notiz fertig sein Dann würde er ankommen Und wenn er mitkriegt Dass Wenn jemand blutet Würde dann auch sofort Sofort behandeln wollen Und wenn er mitkriegt hat Und wenn er mitkriegt hat dem Heiler hinhalten. Oh, um Gottes Willen, natürlich. Ja, Saeed würde sein Verbandszeug rausholen und seine Kräuter und das Erste Hilfe-Wurf nehme ich an. Ähm, genau. Erste Hilfe. Ich muss gerade mal schauen. Dafür gibt es ja auch Regeln. Ja, Wurzgesicht auf Druck scheint auf jeden Fall ein wenig verbittert zu sein, aber er wird dann auch nur ernst nicken. Als würde er zumindest verstehen, dass das notwendig war, auch wenn das vermutlich nicht ganz gut heißen wird, so, wenn man seinen Gesichtsausdruck richtig deutet. Für Titus scheint das Problem damit auch gelöst zu sein. Mehr hat er dazu nichts zu sagen. Der sieht das Ganze entspannt. Gut, dann geben wir mal einen Wurf auf Erste Hilfe, bitte. Okay. Der Schaden ist kleiner als die Hälfte der maximalen Trefferpunkte, also ist es auch kein schwerer Schaden. Ähm, ja, die Erste Hilfe ist geschafft und dementsprechend bekommst du äh, einen Trefferpunkt, äh, so, und beziehungsweise mit Medizin 1W3. Ähm, ähm, der Medizinwurf, den kann Zain mir auch nochmal geben. Äh, allerdings ist auch deine Medizin ziemlich hoch, ne? Also, ich hab' ich. Das ist gar nicht so viel. 38. Ja, dann heilst du nur einen Trefferpunkt. Ja, zwei hast du bekommen, einen heilst du, das heißt, ähm, die Wunde wird, äh, grob verbunden. Am nächsten Tag wird das sicherlich dann, äh, zugewachsen sein. Und, äh, ja, wenn du noch ein bisschen Kräuter drauf tust, entzündet sich das nicht. dementsprechend wirst du morgen dann wieder komplett gesundet sein. So, wo wir jetzt den Verräter los sind, wollen wir endlich aufbrechen. Äh, Titus. Ihr, ihr habt ihn umgebracht? Ich hab' ihm sein verdientes Ende bereitet. Keine, keine Sorge, Mars hat auf mich herabgelächelt. Was genau ist passiert? Wie ist es abgelaufen? Er hat sich an den Flößen zu schaffen gemacht, wollte eins losmachen. Nicht mal die Zeit gab, mein Gladius zu ziehen. Bin auf ihn zugerannt und hab' ihn so lange unter Wasser gedrückt. Bis er diesen verschissenen Fluss lieben lernt. Oh, das hört sich mir doch alles ziemlich bedauerlich an. Geht es dir denn wenigstens gut, Titus? Äh, ja, nein. Hier sind noch einer weniger. Aber man hätte ihn eh nicht brauchen können. Mit einem Verräter weniger sind wir sicherlich deutlich besser dran als vorher. Richtig. Es geht mir besser. Es geht mir besser. Wir hätten ihn, wir hätten ihn schon gestern ersaufen sollen. In einem Punkt hat er aber recht. Es ist Wahnsinn, da drüber zu gehen. Das mag wohl sein, aber das ist nicht an uns, dies zu entscheiden. Das ist es nicht für wahr. Und ich, äh, will dreimal verflucht sein, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfange, Befehle in Frage zu stellen. Ja, dafür sind wir zu weit gekommen. Das stimmt. Dafür liegen auch noch zu viele auf der anderen Seite. Brauchen wir sonst noch irgendwas oder können wir hier weg? Hm, tatsächlich. Äh, mein Gespräch mit der Hexe, ähm, hat mir ein paar Infusionen gegeben. Und was wir noch brauchen, sind mehr von diesen Schutzamuletten. Ähm, Sie scheint recht weise zu sein. Und ich vermute, dass sie stärker ist, als andere Hexen der Germanen. Und, ähm, nun, wir brauchen mehr Schutzamulette mit diesem Symbol. Und er würde mal das Symbol auf einer Schiffsrolle zeigen, wo es aufgezeichnet hat. Diese heidnische Magie wird uns ganz sicher nicht weiterbringen. Wir sollten uns auf das Vertrauen, was uns die Götter bereitstellen. Nun, sie meinte, dass die Macht unserer Götter auf der anderen Seite des Rheins nicht so stark ist, wie hier drüben. Und du glaubst einer solchen Hexe sein? Die Götter sind allmächtig. und nur durch unsere Vorstellungskraft in ihrer Macht gebunden. Nun, einen Gott mehr auf seiner Seite zu haben, kann sicherlich nicht schaden. Nun, es ist natürlich jedem freiwillig, dieses Schutzamulette zu tragen, aber wir sollten mehrere kaufen und ich werde jedenfalls eines anlegen. und das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch auf den Schutz der anderen Götter zählen werde, unserer Götter. Aber ja, wir brauchen für diese Mission jeden Schutz von jedem Gott, den wir kriegen können. Ich glaube, ich kann langsam die Zeichen lesen. Die Götter, sie sind uns nicht mehr wohlgesonnen, weil wir heidnische Bräuche mit in unseren mit unserer Mission aufnehmen. Und angefangen hat das alles mit dieser Kette von TUS. Was kann denn jetzt die Kette von meiner Mutter dafür? Nun, wie wir herausgefunden haben, ist das wohl, wie sein gesagt hat, ein heidnisches Ritualobjekt, ein heidnisches Zeichen, die Götter sind uns deswegen nicht mehr wohlgesonnen. Ihr müsst das ablegen. Gar nichts ablegen, lass das Amulett von meiner Mutter in Ruhe. Ich denke auch, lass Titos sein Amulett. Du hast gesagt, die Götter würden auch die Baba Yaga einsperren und die Dämonen im Zaun halten und die Baba Yaga rennt aber rum. Vielleicht haben wir sie mit diesem Symbol sogar zu uns eingeladen. der Rabe. Er sieht alles. Er beobachtet uns. David wird probieren, Ausschau zu halten nach diesem Tier. Und vermutlich... Und eine ganze Weile beobachtet er uns. Jede Nacht, jede Nacht halte ich Ausschau, um ihn nicht zu sehen, doch ich sehe ihn. Das sollte, hätte mir zeigen müssen, dass die Götter schon lange ein Auge auf diesen Frevel gesehen haben. Titos, du musst das ablegen. Ich bitte dich, mein Junge. Verfolgt er uns schon sein Lugdunum? Sicher darüber hinaus, Maken. Bitte. Also wenn uns irgendwer verflucht hat, dann der verfluchte Verräter, um den ich mich gekümmert habe und nicht das Amulett von meiner Mutter. Das ist tragisch schon immer bei mir. Werter Freund Felix auf ein Wort unter vier Augen. Aber natürlich, Junius, und du sein solltest dir nicht mehr diese Amulette anschaffen. Bring nicht mehr Frevel über uns im Kinn. Bedenk doch, Titus trägt dieses Amulett schon immer und trotzdem haben in der Schlacht bei Teutoburg die Götter ihre Hand schützend über uns gehalten. Das Amulett kann nicht das Problem sein. Wir haben uns nur Gelegenheit gegeben, unseren Fehler einzusehen. Och, bitte, sein. Der Priester Felix fängt mittlerweile an zu weinen, während er mit Junius ja, mit Junius ein wenig weggeht. Wenn Felix und Junius außer Sicht, außer höherer Reichweite sind, meint Junius zu ihm. Werter Freund Felix, bitte. Ja. Ich bin bereit, wieder in die Beichte zu euch zu gehen. Aber und deine Bedingung. Sprich, Junius, sprich mal, Kind, das ist ein großer Fortschritt. Die Bedingung ist, dass du meine Leute nicht scheu machst. sag ihnen, dass ihr ruhig diese Amulette tragen dürft, wenn sie ihnen hilft. Sie brauchen den Mut, sie brauchen die Gewissheit, dass sie eine Macht hinter sich haben. Später werden sie realisieren, vielleicht, dass es römische Götter waren, oder vielleicht auch nicht, aber brauchen die Zuversicht, um das durchzustehen, was vor uns steht. Was wir brauchen ist den Zuspruch der Götter. Nur so können wir das schaffen. Und wie ich hätte es früher sehen müssen, dass wir sie so mit dergleichen verärgert haben, habe ich nicht. Das ist meine Schritt, Junius. Und auch dich über dich mag das Ganze einen Schatten geworfen haben. Doch ich werde nicht weiter diesen Fehler begehen. Ich werde meinen Fehler wiedergutmachen. Als er da gerade zu zweit steht, vielleicht euch ein bisschen am Rhein unterhaltet, bemerkt ihr wohl, dass die Breite des Rheins zu schrumpfen scheint. Es ist nicht so, dass das Wasser wegtrocknet, sondern eher so, als würde der Fluss einfach schmaler werden. Vielleicht so wie ein optischer Effekt. Als ob irgendwelche Winkel in andere Dimensionen gedreht werden. Eben noch 400 Meter breit und plötzlich sind es nur 40 Meter. Während ihr zuguckt fast und die andere Grenze Germaniens auf euch zuwächst, da sind es nur noch vier Meter. Man könnte fast hinüberspringen über den Fluss. Als würde er euch einladen. oder locken. Nönjas, siehst du das? Ist das ein Zeichen? so war ich so war ich unseren Frevel meinen Fehler erkannt habe. Gesandt uns ein Zeichen. Brauchst du mehr? was dieses Zeichen bedeuten? Warum der Fluss schmaler hast das? Uns wurde ein Pfad geebnet, um unsere Mission zu erfüllen. Du kannst jetzt doch ganz deutlich diese ganzen merkwürdigen Symbole erkennen. Die abgerissenen Togen von den römischen Legionären, wie sie beschmiert sind, wie sie euch verhöhnen und du siehst auch wie die Baumwipfel, die toten Weiden sich in eure Richtung neigen, so ein bisschen mit ihren Armen auf dem Wasser herumspielen, als würden sie leben. Junius, ich denke, es ist die Zeit gekommen, den nächsten Schritt zu wagen. Wir wissen, wir doch nicht, wie lang die Götter diesen Pfad für uns geebnet haben. Lass uns zurückkehren zu den anderen. Wenn wir es so, holen wir was. Ja, wenn ihr zu den anderen zurückkehrt, es sind nur wenige Schritte, so dass ihr dann wieder in Hörreich weiter seid. Könnt ihr auch bemerken, wie dieser optische Effekt zur Nominidität zurückkehrt und dort an der Stelle, wo die anderen stehen, der Reihen die normalen 400 Meter Breite hat. Können wir den Blödsinn jetzt lassen und dann nicht rüber? Ja, wir brechen jetzt auf. Ich und Junius wurden bewahr, dass die Götter uns einen Pfad gezeigt haben. Folgt uns und dieser Weg wird doch ein einfacher sein. Ein Zeichen der Götter, dass wir den Status Quo beibehalten. Titus darf sein Amulett weitertragen. Davut und Zain könnt euch an Titus halten und den Schutz zu genießen, wenn es einen solchen gibt. Aber gesprochen. Davut nickt ernst in seine Richtung. Titus Zain wirkt nicht so richtig zufrieden, aber er nickt auf jeden Fall nicht wieder sprechen. Titus die Götter haben gesprochen dein Opfer an Mars hat eine ehrenvolle Handlung ein Verräter auszuschalten wurde vor den Göttern belohnt. Auch die Götter stimmen zu, du dieses Zeichen dort tragen kannst aus seiner Vergangenheit. Sei du auch nun bereit mit der Wut zu beschützen als wären sie deine Brüder. Keine Sorge ich passe schon auf die Bastard auf. Wer geht da drüben verloren? Wird mir Vorwürfe machen. Er ist bei dem Spruch schmunzelt sein ein wenig und keine Sorge ich werde mich an euch halten. Ich werde an eurem Rock sind wohl hängen. Ja wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja ihr betrachtet noch einmal die Flöße die vor euch liegen. Entscheidet ihr euch dann für den Weg der Götter und geht und springt über den Rhein? Oder wenn mir das jemand zeigt auf jeden Fall auf jeden Fall kehrt in dieser Effekt wieder wenn wir dort wieder hinzu vergehen. Ja es ist schwierig die Stelle wiederzufinden selbst wenn ihr euch an euren eigenen Spuren zu orientieren versucht ist es wirklich so dass die Dimensionen vielleicht an dieser Stelle nicht den richtigen Gesetzmäßigkeiten gehorchen keine wirklichen euklidischen Winkel die man hier sowieso nicht findet aber es wirkt merkwürdig auf euch aber die Kopfschmerzen sagen euch zumindest dass ihr an der richtigen Stelle seid und dann könnt ihr wieder sehen der Rhein hat hier an dieser Stelle eine unglaublich schmale Stelle man 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 sie überspringen lasst mich vorgehen ich springe als erster ich sicher das andere Ufer aber vielleicht wollt ihr vorher noch eure Rüstung und uns übergeben nur falls sie zu kurz springt dann könnt ihr Weidenäste fest bevor du dann im Schlamm versinkst siehst dich so ein bisschen nach oben und kannst dann durch das westliche Ufer nach oben warten wo dich dann die Bäume empfangen du siehst wohl noch neben dir direkt einen Pflock der in die Erde getrieben worden ist eine tote Ziege liegt verfaulend und verwesen daneben so als wäre sie vor sicherlich einigen Wochen dort angebunden worden und dann verhungert mittlerweile kannst du sehen wie die Fliegen auf ihr sitzen aber mit einem kurzen Blick in den Wald hinein du siehst keine weiteren gestalten Personen niemand der dich jetzt verhöhnt oder auslacht du bist alleine als du dich umblickst kannst du sehen der Rhein hat hier die normalen 400 Meter Breite wie du diesen Sprung geschafft hast weißt du nicht auf der Seite kannst du zumindest deine Kumpaner erkennen deine Legionsbrüder wie sieht's für uns aus also für uns ist der Fluss immer noch so kurz dass wir rüberspringen können ja dann wird Davut also Davut wird ja sehen dass er sicher auf der anderen Seite gelandet ist und er wird ihn dann auch nicht in Stich lassen und wird dann hinterher springen wird sich aber sehr unbehaglich auf der anderen Seite umschauen und erst recht wenn er dann die Ziege dort entdeckt los mach dich ins Gebüsch bis die anderen hier sind ich bleibe bei dir wir sollten uns hier nicht trennen aber du merkst wie er diesen Moment auch in das Gebüsch geht also ich nehme an dass wir glauben also für uns endet Rom mit dem Rhein richtig und alles hier hinter ist Feindes Land ganz genau Herr Fluss warum ist er so groß auf einmal das hat unser Opfer gesehen das gespürt ihr müsst es nutzen glaubst du wirklich dass Felix recht hat ich glaube er hat mir erzählt dass die Dämonen fernhalten und einsperren aber die Baba Yaga das war echt in Lugdunum das habe ich mir nicht eingebildet ich glaube nicht dass die römischen Götter noch da sind unsere Götter ja unsere Götter die sind da die beschützen uns aber sollte Felix auf dieser Seite ankommen würde das ja alles beweisen dann wären die Götter wirklich bei euch genau mit diesem Moment blicke ich auch mal auf den fluss ich möchte gucken ob der da auch rüber kommt los junius jetzt an dir und an du sein ich werde das mit meinem glauben aufrechterhalten wir wissen noch nicht ob es auch auf diesen weg zurückkehrt wenn wenn das nicht der fall ist dann brauchen wir unbedingt ein fluss also wartet noch kurz bis einer von uns mal den weg zurück macht ja sah ihn manchmal haben wir ein seil dabei um ein fluss zu bauen für den rückweg denke bei der reise die wir noch vor uns haben sollten wir uns jetzt noch nicht sorgen um ein fluss machen auf der anderen seite wird es genug boote geben gut lass mich nur kurz noch überprüfen ob meine schriftbohren alle richtig versiegelt sind gegen das wasser und ja sein würde das ja schnell sehr schnell hektisch überprüfen ja würde danach aber auf jeden Fall auch dann springen ist ja offensichtlich ein Zeichen der götter wessen welchen gottes auch immer ist egal ist offensichtlich Gott und ja dem dem Willen würde sich hier nicht widersetzen ja der Priester hat das abgesegnet du springst schlägst hart auf der Wasseroberfläche auf aber es sind nur du würdest sagen 2-3 Meter die du schwimmen musst die Strömung vom Rhein ergreift dich zwar aber du kannst dann ja ein bisschen paddeln ein bisschen rudern trittst ein bisschen mit den Beinen und dann kommst du sicherlich 3-4 Meter von den anderen entfernt an der Schlamm-Ebene an und kannst dich dann zu ihnen nach oben arbeiten viel weniger stimmen als beim letzten mal wo wir durchgeschwommen sind in Deckung in Deckung ja selbstverständlich ja dem würde Saein auch sofort nachkommen ich bin bin immer noch gespannt ob der Priester so hilft sieht man denn von der römischen Seite aus Schiffe Boote auf der anderen Seite die man später nehmen kann ne siehst du nicht aber es muss welche geben also eventuell auch kleinere Flöße oder so die links oder rechts liegen ob das jetzt der Kiel ist oder einige Kilometer die man dann laufen müsste aber irgendwo existieren sicherlich Flöße gut und das meine Einschätzung ist dann bietet geht Junius vor Felix in die Hocke könnte auf meinen Rücken steigen wenn ihr wollt ach Junius wieder mal unterschätzt du mich ich habe schon in der armee gedient da warst nur noch in deinen windeln ich schaffe das wir sehen uns auf der anderen seite das heißt wir sind zeitgleich im dreck gelegen aber beobachte dann was Felix tut oh nein nein Junius ich denke du solltest ich spüre dass mich irgendwas mit diesem pfad verbindet und ich will es nicht gefährden indem ich oder aufheben indem ich aufbringe ich denke wir könnten nicht somit zurücklassen oder wir springen gemeinsam Hand in Hand dann wir haben ja beide gemeinsam zuerst ist dieses phänomen gesehen also lasst uns gemeinsam springen so ordentlich anlauf das war unser glaube junius nicht nur meiner unser ja junius nimmt ein paar schritte zurück um anlauf zu nehmen bietet dann auch nochmal Felix die hand statt jetzt zum rücken felix ergreifend von junius und tut es ihm gleich dann rennen die beiden wohl los anlauf und springen füße platschen durch den schlamm in dem anlauf nimmt geschwindigkeit auf und springt junius du schlägst hart gegen den baum rutscht an ihm herunter die harte rinde du bist froh dass du deine rüstung trägst aber du merkst wohl auch wie einer deiner deiner wurf späre oben irgendwo hängen geblieben ist ein weiterer ist gebrochen du hast dir wohl irgendwas gezerrt als du dann runter rutscht und irgendwo im gebüsch neben titus aufschlägst und du merkst wohl als du zu dir kommst wie du immer noch die hand von von Felix in deiner hand hast aber Felix ist selber nicht da nur seine hand oder sein arm wo hast sein arm in der hand sehen wir anderen das ja ihr könnt euch ein bisschen orientieren für junius wird es noch etwas dauern bis er dann wirklich zu sich gekommen ist aber die anderen können erkennen wie Felix blutend und zersplittert im schlamm liegt dort wo auch Titus aufgeschlagen ist sein ganzer körper sieht aus wie gerissen aber nicht wie als wäre seine haut aufgeschnitten sondern als wäre sie wie glas zerbrochen er muss unglaubliche schmerzen haben ich möchte ihm erstmal den mund zu heilen damit er nicht anfängt zu schreien ja erste hilfe technisch halt probieren sich in die wunden zu kümmern soweit das irgendwie geht ja ich möchte sofort schauen ob es besser ist ihn da liegen zu lassen und da zu behandeln oder ihn erstmal in sichere ufer zu ziehen wie gut er in dem zustand transportiert werden kann sie sie wie wie er fast japsst wie ein Fisch auf dem trockenen du sie auch der arm den er verloren hat das ist der den du ihm damals angezaubert hat ist und du weißt aber auch dass es jetzt für felix jede hilfe zu spät kommt er ist einfach zerbrochen du wusstest du weißt nicht dass mit dem blick sagen jetzt haben wir unsere antwort kann ich okkultismus würfeln um einzuschätzen ob ihn die schriftrolle retten könnte kannst du würfeln du überlegst die zauber und auch du hattest vor kurzem deinen arm selbst wieder geheilt es ist schwierig du versuchst diesen singsang anzustimmen aber dir entgleitet es immer wieder auch wenn du von Junius im verlauf den arm wieder gereicht bekommst der ihm ja nie gehörte sondern der immer nur eine leihgabe von germanien war den sie jetzt wieder zurück fordern es gleitet dir immer wieder aus der hand als würde dieser körper keine magie mehr aufnehmen und dann mit deinem röcheln kannst du könnt ihr alle sehen wie euer Mann der Priester der Götter der römischen Götter direkt an der Grenze verblutet und im Schlamm stirbt mögen deine Götter dir gnädig sein Felix danke für die Reise die du uns begleitet hast sieht es denn so aus als würde er leiden oder nicht unglaubliche schmerzen okay dann würde ich noch einmal in Richtung unseres Medikus gucken sollte der mir zunicken will ich nicken ich denke du warst am anderen Ufer besser aufgehoben Bruder und mit diesen Worten würde ich ihm dann den Gladius vermutlich vermute in den Hals oder ins Herz Ramin hat die ein weiterer Held der 19 ist von uns gegangen er wird auch in der unterwelt als Held wir sollten aber wirklich aufbrechen wir sollten an diesem Flussufer so wenig Zeit verbringen wie wirklich wir sollten allerdings sein gleichnam hier nicht so offen liegen lassen gemanische Speer soll nicht sehen dass wir über gesetzt haben dem Fluss übergeben dem Fluss oder zwischen die Brüche zielen eins von beiden ich will sagen lieber dem Fluss ich glaube auf der germanischen Seite will er nicht bleiben da habt ihr wohl recht ja und dann würde ich unseren Priester genauso wie unseren Verräter einen den Fluss greifen ist es nicht eine römische Tradition für den Fährmann irgendwie Münzen auf die Augen zu legen oder sowas genau vergesst nicht die Münzen für den Fährmann da würde jetzt zwei Silber Münzen heraus kramen und ich würde auch sonst irgendwie dass man ein paar Worte sagt oder sowas römisches Begräbnis Ritual schnell so gut wie möglich hier quasi durchführen falls sowas sowas wie eine selbe statt gibt hier würde ich da ja das so wie bei der Gnade der Furien möge Charon der Fährmann ihn über den Stücks geleiten dann kannst du ihm die Münzen auf die Augen legst vielleicht in den Mund oder auf die Zunge die funktionieren ja noch gerade wenn dann jetzt auch der Fluss direkt nach ihm greift dass es dann auf seiner Zunge auf die Augen legen und dann ein Stück Stoff da festbinden oder so das ist das ist auch eine gute Idee ja und genau würde ich auch sorgfältig festbinden und ja dann sollten wir dann wohl seinen Leichnam dem Fluss übergeben gebt mir bitte noch einen Moment mit ihm ich habe ihn ich habe ihm seit Monaten die Beichte verweigert und will ich muss mir das nur etwas für Seele reden Ich gehe schon mal ein paar Meter vor und gucke dass hier keine Gemahnen sich anschleichen Davut würde dann von sich aus noch eben mit seinem besonderen Dolch gucken ob er irgendwelche kleinen Opfergaben in der Nähe findet die er eben Felix noch mit auf die Reise geben könnte von seinen eigenen Göttern halt damit er auf jeden Fall auch sicher rüber kommt und parallel vielleicht auch einen ein bisschen kurz für die Truppe die jetzt drüben ist erbittet damit die kurio junius geht in die hocke neben den zerbrochenen priester betätschelt seine Wange Felix der Name bedeutet glücklicher die 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 weichte verweigert weil die schonen wollte ich habe den glauben an die götter verloren das die haben uns doch dieses unglück geritten heute vor gewalt und was sind das für götter selbst an die kure wie ich mehr menschen rettet wie die götter dass das kann nicht so das darf durfte nicht so sein aber mein glauben gezweifelt es tut mir leid dass du darunter leiden musstest dass ich nicht mehr zur beichte ginge oh mein Gott mein Freund was gäbe ich doch nur die Zeit zurück zu drehen bevor alles passiert wäre gut wenn du wenn du zu den göttern kommen kehrst dann bitte sie dass sie mir die stärke geben zumindest der Wut sein Titus hier wieder lebendig aus diesen Landen zu bekommen du brauchst nicht für mich um Gnade zu bitten ich habe mit allen abgeschlossen ich werde mein Ende nehmen wie es kommt dann beugt sich Junius noch etwas tiefer über Tränen tropfen auf Felix herunter und dann erhebt er sich wieder gibt einen wink an seine kameraden ich bin jetzt soweit danke freunde ja dann würde Davut ihm noch eine kleine Opfergabe in die Hand drücken mögen die wiesigen Geister dich eben so gehen lassen dass du sicher zu deinen Göttern kommst Felix und dann den anderen zunicken und zur Seite treten sodass die nächste Person halt Abschied nehmen kann was zu ihm sagen sonst stoße ich ihn jetzt in den Fluss wir müssen hier wirklich weg Felix wir werden dich mit Sicherheit in der Welt wiedersehen und wir wollen uns ein wenig Mühe geben dass wir dich dafür noch ein wenig warten lassen ich würde mich auch noch mal zu ihm runterbeugen und ihm ins Ohr flüstern mit denen die mein Amulett wollen und ihn dann in den Fluss stoßen ihr dürft für diese Situation einmal alle geistige Stabilität würfeln wer schafft verliert nur zwei geistige Stabilitätspunkte wer es nicht schafft ein W10 wie würfelt man in geistige Stabilität einfach Stabilität doppelklicken genau du gehst auf deinen Charakter und da ist dann geistige Stabilität da klickst du drauf und dann würfelt er automatisch Titos 99 dann verlierst du ganz so 10 Punkte nicht so schlimm ich bin vier Punkte unter meiner geistigen Stabilität Wow 16 hast du es geschafft dann verlierst du nur 2 Punkte sehr gut ja und wie gesagt alle anderen die es nicht schaffen 1 W10 und Titus eben die ganzen 10 mit der 99 also Davut verliert 2 Davut verliert 2 Zain verliert 2 weil ihr habt es beide geschafft und Junius verliert 1 W10 genau 5 Punkte und so befindet ihr euch in Terra Keruski dem Land der Germanen der Keruska und all der anderen Stämme die anzutreffen sind die Wälder sind dicht so wie sie beschrieben worden sind das Wetter ist kalt neblig verhangen die Sonne scheint hier tatsächlich nicht wenn ihr dann einbiegt in die Baumwipfel könnt ihr nach einigen Augenblicken weder die Sonne sehen noch den Fluss hören ihr seid komplett auf euch allein und auf eure Fähigkeit der Navigation gestellt aber an der Sonne kann man sich nicht orientieren höchstens an dem Moos und wie es am Baum wächst Davut als Kundschafter kann hier natürlich brillieren auch für Kintogenus hätte es hier wenig gegeben wäre denn angekommen denn nicht mal einen Bogen könnte man hier gerade ausschießen zu viele Bäume die hier herum stehen keine Straßen die ihr kennen könnt im römischen Gebiet ist alles irgendwie gerade gute Straßen die gebaut worden sind und selbst als ihr hier eure ersten Kolonialisierungsversuche unternommen hattet die Straßen die ihr damals angelegt hattet die Bäume die gefällt hattet irgendwo hier an dieser Stelle mussten sie sein aber der Wald hat sich alles zurückgeholt je nachdem ob ihr noch kurz einmal nach Westen oder nach Osten abbiegt um zu kundschaften ihr findet keine einzige Spur mehr Bäume sie sind alle so alt wie eure Religion alt ist älter als die Götter dieser Wald und so zieht ihr mit Hilfe von Davut geben wir gerne einen Wurf auf Navigate auf Navigation Suche ist da die groben Karten hattet ihr gesehen aber ja eine Karte ist das eine oder kriege ich einen Bonus Würfel du hattest die Karte gesehen ich gebe dir einen Bonus Würfel das ist gut dass es nicht die 93 ist sondern nur die 53 und damit ist es sogar geschafft also auch du bist zumindest zu etwas zu gebrauchen du kannst auch eine ganze Menge an Bären und Wolf Spuren entdecken du findest auch Stiere würdest du meinen oder große Rinder zumindest von den Spuren ihre Hufen sind stark eingesunken du nimmst sie tatsächlich mal fünf Minuten um das so ein bisschen abzuschätzen auch mit diesen Spuren die die Bäume dann haben irgendwelche Scharten diese Stiere müssen tatsächlich mehr als 2 Meter groß sein das ist gewaltig von den Aurochsen hat es ihr schon gehört aber dass sie tatsächlich jetzt hier irgendwo sind am Ende des Tages könnt ihr tatsächlich dann auch an einem Wolfskadaver stehen bleiben der wohl von irgendetwas gefressen worden ist Sain würde noch gerne eine Information an die Gruppe loswerden und zwar dieses meidet Bäume hat die Hexe noch erzählt und ja Sain meint dazu nun meidet Bäume ist hier wohl kaum einzuhalten aber vielleicht so wie sie das erzählte können Bäume Kinder einer dunklen Gottheit sein und wir sollten sie zumindest im Auge behalten ich meine wir sollten sie im Auge behalten weil sich dahinter Feinde verbergen können aber wir sollten vielleicht auch damit rechnen dass einige dieser Bäume selbst böse sind und vielleicht sollten wir versuchen nicht in einem Wald unser Nachtlager aufzuschlagen falls das möglich ist und falls ein Baum sich bewegen sollte würde ich vorschlagen dass wir versuchen einfach weg zu rennen weil wir haben sicherlich nichts zu gewinnen wenn wir versuchen sie zu bekämpfen ich weiß das klingt sehr weit hergeholt aber ich habe Gründe zu glauben dass diese Hexe weiß wovon sie redet und sie kennt sich einfach mit dem Bild und den wir sind viel besser aus als wir und unsere Gelehrten und ich habe auch ich habe sie auch auch wunderwirken sehen die ich nicht anders damit erklären kann als dass sie tatsächlich mächtig ist sie meinte auch sie zu unserem Glück sei sie mächtiger als die anderen Hexen auf der anderen Seite und mit dem was ich gesehen habe ich allen Gründen ihr zu glauben würde in der Tat mal mich diesem Wolfskadaver nähern und gucken ob die Zähne noch intakt sind und würde dann versuchen die vier Fangzähne dann ordentlich raus zu trennen mit dem Gedanken dass Davut daraus für jeden ein Schutzamulett irgendwie in nächster Zeit basteln wollen würde weil er diesen Kadaver vielleicht irgendwie auch als Zeichen der Götter ansieht weil er ja auch den Göttern gedankt hat und so als Rückantwort von den Göttern um irgendwie mental stabil zu bleiben ja also wenn du dir den Kadaver betrachtest die Zähne sind noch in normaler Ordnung du siehst wohl wie er mit da muss ihn irgendein großes Tier gegen den Baum gedrückt haben die Rippen sind gebrochen gesplittert ja einfach mit roher Gewalt wurde dieser Wolf gegen einen der umstehenden Bäume geschmettert und ist daran dann jämmerlich gestorben ein bisschen abschätzbar wie lange das her ist du hast eine gute Naturkunde hast du Naturkunde doch 65 ja würfel gerne mal 40 das ist sicherlich schon eine Woche her was sich verwundert es gibt wenige Tiere also keine Maden die sich jetzt in das Fleisch eingesessen haben keine Fliegen die normal wären und die dann eben auch ihre Eier da rein legen also dieses Tier ist halt schon länger tot aber es wird nicht gefressen von anderen ja Würz Würzinsekten oder Parasiten oder sowas ne ok also als du gesagt hast es ist schon eine Woche her da ging seine Laune wahrscheinlich ein bisschen runter und wo er jetzt realisiert ok die Götter scheinen irgendwie auf uns gewartet zu haben und dieses Geschenk für uns aufbewahrt zu haben dann stärkt ihn das glaube ich doch schon wieder ein bisschen ok dann macht er sich eben ans werk ja du hast den Knochensäge dabei kannst dann den Kopf absägen wenn du magst ja ich hätte jetzt einfach nur das Gebiss rausgeschnitten oder so da können wir sagen woran dieser Wolf gestorben ist es scheint ein wildes Tier hat ihn gegen den Baum gedrückt Gewaltein Wirkung haben die wilden Tiere die so etwas können nicht normalerweise krallen die ihn auch zerfleicht haben müssten das kann auch ein Ochse gewesen sein ein großes Tier ein großer Hirsch ein Baum gewesen sein ich glaube nicht dass Bäume sich bewegen ich glaube die hat Saina einen aufgebunden nein ich glaube nicht dass das ein Baum war Möchte in dem Fall tatsächlich mal paranoia die Bäume betrachten bewegen sich irgendwelche von den Bäumen also gerade wenn du jetzt auch so auf deine Paranoia hörst klar die bewegen sich alle du siehst wie sie ihre Äste ausstrecken hängen lassen nach euch nicht wirklich greifen aber euch vielleicht so ein bisschen streifen möchtest du meinen ob das liebevoll ist oder einfach ertasten wer jetzt der neue Feind in ihrem Wald ist aber klar Äste sind überall und euch streifen da kommt ihr gar nicht drum herum aber gerade wenn ihr dann auch so ein bisschen die abbrecht oder drunter durch taucht du hast trotzdem immer das Gefühl als würden diese Bäume enger stehen auch je länger du also sie bewegen sich nicht aber wenn du an der Stelle stehen bleibst dich so ein bisschen im Kreis drehst hast du nach dieser Kreis Drehung das Gefühl dass sie trotzdem näher gekommen sind mag aber auch an deiner paranoia liegen bitte mich anfangen panisch umzugucken und versuchen irgendeinen Platz zu finden wo die Bäume weiter von mir weg sind nun denk daran wenn ein Baum uns angreifen sollte dann laufen wir einfach nur wir bleiben zusammen und laufen so ist das sinnvoll ihr habt es schon einmal geschafft ja nachdem ihr die Zähne des Wolfs genommen habt könnt ihr noch ein bisschen weiter umher laufen Davut folgen und nach einiger Zeit könnt ihr tatsächlich eine etwas kleinere Lichtung finden im Durchmesser vielleicht drei Meter also wirklich nicht groß aber so dass man dass man da nächtigen könnte was wirklich anderes findet ihr nicht es sei denn ihr wollt euch an die Bäume an lehnen die ihr eigentlich nicht so gewünscht wären das wäre so eine Option die können natürlich auch weiter durch die Nacht laufen die Sonne ist sowieso nicht da aber dunkler wird es trotzdem und der Nebel wird stärker und dichter Ja Sein würde sich für diese ich werde ein bisschen Holz sammeln und damit würde ich dann auch beginnen ich würde jetzt auf Anfolge die Lagerstelle ein bisschen einzurichten Ja Holze wirst du finden ist natürlich alles ein bisschen feucht aber bist ja trotzdem erfahren dann auch ein Lager aufzubauen vor allem in den letzten Monat hast du das oft gemacht kannst dann also ein paar Teuk Hölzer zusammensuchen die du dann schanzt da gut die wird auffallen dass diese Lichtung mit vielen Pilzen durchsetzt ist das sind wohl aber auch keine essbaren Pilze aber es sind eine ganze Menge davon also unnatürlich viele nicht unnatürlich viele ne das würdest du nicht meinen aber die stelle also die müsste man dann jetzt entweder weg treten mit dem mit dem fuchs irgendwie beiseite tun damit man da ein Zelt aufbauen könnte aber schon so eine kleine Pilzlichtung werde ich den anderen darauf erstmal hinweisen und das ist nur diese stelle die mir bis jetzt aufgefallen ist ja oder du gehst halt wirklich dann nicht mehr von also von dieser lichtung weg und dann in die bäume rein aber du kannst dich auch wieder zurück zum wolf versuchen zu schlagen ob das jetzt so gesund ist aber der wald sieht einfach immer gleich aus du findest da du hast zwar eine Orientierung durch den moos bewuchs du kannst weiter nach Norden laufen aber der wald ist immer gleich gibt da sonst keine Unregelmäßigkeiten bis auf eben diese kleine lichtung jetzt hier na gut dann bei hat Davut ein bisschen Ahnung von Giften und aus diesen Pilzen vielleicht irgendwie ein Gift machen vielleicht ist das ja auch ein Hinweis von den Göttern dass das irgendwie eine sinnvolle Sache wäre auch wieder Naturkunde oder Gifte haben wir das als Handwerk Gift muss gerade mal schauen Titus hat das auf alle Fälle ne Fällt du das vielleicht unter Medizin Medizin würde ich auch ja also für dich Naturkunde kannst du mir auch geben genau Kunst Tränke wäre es sonst Titus hat Kunst Tränke der versteht sich auch auf Gifte die sind essbar ja es sind weiße Pilze ob man die essen kann du kannst mal wenn du möchtest zumindest so einen kleinen Pilzhut dir dann mal abbrechen und in den Mund schieben die weißen sind vielleicht essbar wir haben genug Krationen dabei das war ein scherz was ja direkt gesagt dass das war nur aufgrund des gescheiterten Wurfs alles gut weiß ich mit zwei erfolgen was das ist die sind nicht giftig das sind sie nicht aber sie sind auch nicht essbar so ihr könnt die essen aber ihr werdet kotzen aber die also schmecken halt nicht aber sonst sind die nicht schnell vielleicht wenn man sie kocht oder so aber das weiß ich nicht gut bleiben bei uns in Rationen würde ich vorschlagen diese Mission ist schon gefährlich genug wir müssen nicht auch schon anfangen Pilze zu essen ja wir haben den Schutz der Götter aber wir sollten ihn vielleicht nicht über strapazieren ja kurze Zeit später sind eure Zelte aufgebaut könnt eine kleine Grube gegraben haben wo ihr dann das Feuerholz reintut mit noch so einem kleinen Luftloch damit dann eben auch die Luft dort rein zieht wenn ihr dann so eine Grube gegraben habt habt dann warmes Feuer was dann auch nicht gesehen wird so wie es die Ligonierer eben tun und könnt dann Speisen zubereiten Proviant fertig machen und so nah wie möglich auf dieser kleinen Lichtung dann auch in die Zelte ziehen viele Legionäre seithin nicht mehr ja also Zain würde mal in seinen Schrift rollen wenn er dafür Zeit hat mal schauen ob er irgendwelche Hinweise findet auf diese Kinder die auch Bäume sein können ob da irgendwas von Merkis irgendwo und ansonsten würde mal das Thema Nachtwache das einteilen jetzt ja deutlich weniger leider also ich glaube Davut ist auch wenn die Stabilität relativ unten ist ist er doch momentan sehr gestärkt durch die Dinge die passiert sind also bis auf den Tod von Felix aber die anderen Sachen haben glaube ich geistig ein bisschen stabilisiert momentan und er würde die die Wache nehmen weil er das auch mit den Bäumen kein Stück ernst nimmt scheinbar die ganze Wache übernehmen oder die erste auf jeden Fall die erste bisschen Schlaf wird er auch brauchen würde die zweite nehmen wenn sich sonst keiner meldet er sagt mir einfach wann ich wach bleiben muss und dann würde Titus sich erst mal hin legen ok ja so könnt ihr euch hin legen und die erste Wache im germanischen wald im land der keroska beginnt es ist natürlich es knackt irgendwelche äste die brechen es ist sowieso sehr schwer einzuschlafen trotz der erschöpfung trotz des todes von zwei weiteren legionären der einen der verraten hat und der andere der euch das tor offen gehalten hat und dabei gestorben ist wenn es denn so interpretiert werden kann ob die götter an eurer seite sind ihr spürt sie hier zumindest nicht nicht wirklich felix hätte jetzt vielleicht geholfen aber der ist irgendwo auf dem grunde des rhein und hier ist das land der hexen mitten in der nacht kann die erste nacht wachen wer war das davud davud du kannst in der entfernung stöhnen hören klingt schon würde es sagen menschlich als würde da ja es klingt nicht so als würde da jemand schmerzen leiden aber schon menschliche stöhnen ganz ganz schwer einzuschätzen schau ob einer meiner kameraden gerade schon so aussieht als wäre er noch wach weil du hast gesagt das einschlafen würde eh schwer fallen und vielleicht habe ich ja glück vermutlich heute der kurio der hat zwar wie immer ein bisschen alkohol getrunken aber du weißt dass er sonst auch wenn er keinen Dienst seiner nachtwache hatte ist irgendwie immer ansprechbar für euch dann würde ich mich leise zu junius hin bewegen würde ihn anstupsen würde den finger auf den mund machen und auf die ohren zeigen danach und in die grobe richtung höre junius richtet sein kopf hoch schau das zu essen ich steufe mal auf die anderen an und schau ihn fragend an hört sich das an als kommt es näher wüstet übrigens wirkt das so als kommt es näher nee wohl nicht also in der entfernung mit dem nebel ist das schwer der nebel schluckt ja auch viel du würdest meinen vielleicht 200 oder 250 meter entfernt grob in richtung nordosten das ding bewegt wie gesagt menschlich ja schon leise einfach aufgrund der entfernung aber also es bewegt sich aber es kommt nicht auf euch zu macht da wird so eine flach halt geste so als sollte er andeuten ruhig bleiben und geht dann halt auch so ein bisschen eher in deckung und halt hält den blick halt in die richtung werde geräusch bekommen versuchst natürlich die nächsten minuten kein einziges geräusch zu machen still zu bleiben haben denn feuer an das ist ein kleines feuer an dann müsste man sonst auch nach legen ansonsten würde es ausgehen aber es ist auch in der grube so dass man es auch nicht unbedingt sieht würde ich erst mal noch nicht nach legen sondern es erst mal aus gehen lassen damit wird die nacht natürlich noch kälter aber das risiko ist zu groß was auch immer dort ist vielleicht sind es ja viele und ihr seid ja ihr wart nie eine dekuria seid ihr noch vier tja Albus ist zurückgeblieben am Aqueduct der Spanier hat euch verraten und der Priester hat es nicht über den Fluss geschafft vier Leute gegen die ganze germanische armee die drei legionen vernichtet hat hast dein gladius auf deinem schoß falls es näher kommt falls es euch angreift falls da noch andere sind die du nicht hörst und lauscht in die stille die zeit vergeht und vergeht und vergeht du siehst den mond dort oben zwischen den bäumen wie er wandert du hast nicht wirklich also du kannst nicht wirklich gut sehen auch wie es bei der sonne war beim mond scheint es noch ein bisschen besser zu funktionieren dann kannst du noch gerade als du zain zur nachtwach wechsel anstupsen willst kannst du kannst du andere geräusche hören das blöken von ziegen mitten in der nacht und das ist auch kein vollmond also ist das sehr ungewöhnlich wie weit ist das entfernt dass das ziehen geborgen ähnlich weit andere richtung aber ähnlich weit und würde ich zain mal vorsichtig wecken wird aber direkt auch wieder finger auf den mund und einfach in die richtung zeigen dann sagen wir hatten vorhin schon stöhnende geräusche als werden klangen menschlich aber kam aus der anderen richtung bist du näher gekommen da ist nichts näher gekommen gut ich hab das feuer deswegen aber ausgehen lassen damit wir nicht entdeckt werden weil wer weiß was feuer in der nacht wache im verdammten germanien bis die an wen ich gerade denken muss an felix auch an den aber tatsächlich albus der schläft gerade den schlaf der gerechten weil seine kollegen so blöd sind ohne ihnen das richtige gefälle im ackerdukt hinzukriegen plötzlich knackt es mehrere äste brechen gleichzeitig ab und dann tockt es dumpf auf den boden als würde ein gewaltiger baum hingefallen sein das war vermutlich dann auch näher da wo relativ ruckartig auch sein gladius zieht und erschrocken sich umschaut auch sein gladius starrt in die richtung blinzelt mit den augen versucht da irgendwas zu sehen lauscht viel mehr sinnlos wahrnehmung von der richtung da ist nur dieser verfluchte nebel ist das Ziegengebäug noch zu hören wieder hörst du eine Minute zwei Minuten drei Minuten hin und versuchst keinen einzigen Ton zu machen wie du da stehst im Lager keine weiteren Ziegen keine weiteren Äste die knacken aber wenn du dich hinlegen möchtest zur seligen Nachtruhe immerhin ist jetzt Zain wach kannst du sehen wie wohl die Pilze nachgewachsen sind die hattet die vorher weggetreten und jetzt sind sie wieder nachgewachsen aber so zahlreich als würden sie euch verhöhen wollen was der ganze Boden das weiß aber nicht dass da Wut irgendwie in dein Auge zukriegen würde vor allem wenn du immer mal wieder mit deinen Ohren in die Nacht horchst klar Zain ist wach und der passt auf dich auf aber immer wenn du wenn du dann mal kurz die Augen auf machst hast du das Gefühl als würden die diese Pilze angelotzen die haben zwar keine Augen aber du fühlst dich trotzdem von von den Pilzen beobachtet sie diese Pilze auch ja Titus hat das Schutz Amulett richtig Titus hat das Schutz Amulett um dem herum vielleicht weniger Pilze gewachsen sind ja tatsächlich der schläft auch ausgezeichnet ich setze mich mal bei ihm in die Nähe falls das jetzt taktisch sinnvoll ist und ich von da genau so viel sehe wenn ich meine Nachtwache halte also Felix würde nein sagen und ob das jetzt taktisch also in welcher römischen taktik das auftaucht wohl nicht aber du fühlst dich zumindest nicht ganz so paranoid und allein das hilft vielleicht und ja Saen ist halt so verschiedenen Weltanschauungen und Regionen halt deutlich mehr offen als Felix und Felix Rat war auf der anderen Seite des Rheins wo die Götter starken Einfluss haben mehr wert als Gold diesseitig des Rheins und ja da ist Felix quasi sofort verstorben als er ankam und ja tatsächlich ist Zain hier eher neigt auf den Rat der Hexe zu hören und ja am liebsten würde er am nächsten Tag anfangen neue Schutzarmeläten zu bauen oder so etwas da ist er vielleicht ein bisschen drüber nach am grübeln wie Starwood ja schon bei genau also sowas grübelt er wahrscheinlich nach während er in die Nacht rein starrt und schaut ob da irgendwelche Bäume näher gekommen sind oder so beim verdammten Nebel kann ich es eh kaum erkennen und er weiß ja schon er hat ja schon öfters Nachtwache gehalten er weiß ja schon dass man sich auch auf der guten Römchenseite schon teilweise Sachen einbildet und er weiß wenn jetzt ein Baum aussieht als wäre näher kann es sehr gut Einbildung gewesen sein aber das macht er auch nicht besser also ja schwierige Nachtwache Ja irgendwann kannst du dann auch Titus wecken der den Schlaf der Gerechten geträumt hat also dass auch er dann die Nachtwache übernimmt aber auch in seiner Nacht passiert sonst nichts weiter ihr könnt dann am nächsten Morgen aufwachen ja mit einem mulmigen Gefühl der Nebel ist nicht mehr so dicht wie vorher aber er ist trotzdem noch da die Sonne ist trotzdem noch nicht aufgegangen der Mond ist verschwunden es ist diese diese beklemmende Stille ja man könnte dann das Essen zubereiten und aufbrechen meine Kameraden eine Beobachtung aus der Nacht ihr wisst dass ich auf der anderen Rheinseite keinen am Märchen aufgesessen war und immer der erste war der gesagt hat dass man besonders über Sachen nachdenken sollte aber diese Schutz Amulette diese ganzen Pilze seht ihr die am nächsten Morgen ja sind sie seht ihr diese Pilze die sind einfach viel zu schnell nachgewachsen sie sind mehr als nur wie Pilze aus dem Boden geschossen ich meine ich weiß dass Pilze schnell wachsen aber bevor meine Nachtwache dran war sind zwei Stunden vergangen da waren die schon voll ausgewachsen so schnell sollten die nicht wachsen und sind um Titus drumrum mit seinem Schutz Amulett kaum nachgewachsen ich denke dass wir mehr von diesen Schutz Amuletten brauchen und vielleicht sollten wir einfach versuchen sie selbst herzustellen wir können wir können wir können probieren wenn du das willst darf ich dein Amulett einmal sehen Titus ja klar ich würde es dir hinhalten sehe ich da irgendwie besondere Schriftzeichen drauf oder sowas irgendwas was man kopieren könnte was man in diese Szene einritzen könnte nee also im Prinzip sind das zwei Sicheln würdest du meinen einen Punkt in der Mitte und ein ja vielleicht so ein Schneidzahn der nach unten führt und ganz merkwürdig okay einen Schneidzahn haben wir ja vielleicht ja vielleicht kann man zumindest so die Sicheln und den Punkt ja andeuten und irgendwie in diese in diesen Zahn reinritzen in diese Szene David würde es auf jeden Fall probieren irgendwie da das ein bisschen hinzuliegen und dann wird da also also ich stelle mir das so vor dass er dieses einfachen Lederband nimmt um das Ende des Schneidzahns eng wickelt so dass man sich das um den Hals machen kann also auf der Gallienkarte könnt ihr das Schutzabonet auch sehen wenn ihr wollt da auf der rechten Seite unter den Hexen ist das abgebildet ja das kann man ja einigermaßen reinritzen das kannst du reinritzen das ist nicht so schwierig dann machst du dir irgendwie eine kleine Holzscheibe oder sowas und da kann man das dann mit ein bisschen Geduld kann man das dann rein kerben das geht genau das ist so der Plan und dann eben ein ganz einfaches Lederband eng um das eine Ende des Zahns so dass man das sich als Haltkette machen kann das wird er so zwischendurch immer mal machen wenn er eine Minute frei hat ja und halt für jeden eins für jeden der vier Leute ja der Kurio Junius blickt er erst ein bisschen skeptisch drauf aber dann ich bin nochmal zu Zahin und meinte ihr seid euch sicher diese Beobachtung mit den Pilzen dass dass das wichtig ist dass das stimmt relativ sicher ich meine schau dir das an sie sind überall nachgewachsen innerhalb von zwei Stunden nur halt um da wo Titus gelegen hat nicht und schaut wie zahlreich sie nachgewachsen ist es ist so als hätten sie uns verhöhnen wollen dass wir hier irgendwelche weggemacht haben gut dann lasst uns nach den Regeln dieses Landes spielen und diese Schutzamulette nehmen ich habe meinen Segen als die Kugel dafür vielleicht war das auch ein Hinweis der Götter und dass ich hier nicht recht gehandelt habe woraufhin Davut seinen besonderen Dolch nimmt und dann sich einmal in den Finger piekst und ein paar Bluttropfen auf den Boden in der Nähe der Pilze als Sühne quasi tropfen lässt also etwas von sich an den Wald zurück gibt Entschuldigung Ja wenn ihr euch dann Zelte abgebaut habt wenn ihr euch dann aufmacht und du vielleicht noch einen letzten Blick zurück wirfst kannst du auch erkennen dass der Boden dein Blut gierig aufgeleckt hat und dort nichts mehr zu sehen ist ihr könnt den nächsten halben Tag laufen wandern immer in Richtung Norden immer mit der Orientierung von Davut der hier sein ganzes Potential entfaltet bis ihr dann auf eine weitere Lichtung stoßt was ihr bemerkt der Wald macht immer Geräusche aber hier sind keine Vögel keine Waldtiere zu hören mittlerweile nicht mal mehr das Knacken der Wald teilt sich dann fast unmittelbar vor euch und gibt eine schwarze Lichtung preis der Boden ist verschlammt als würden hier hunderte oder tausende von Füßen vor gar nicht langer Zeit lang gegangen sein das ist eine Lichtung von und das ist jetzt tatsächlich auch mal ungewöhnlich sicherlich 20 Schritt breite auf der nördlichen Seite da wo jetzt gerade von Süden gekommen seid auf der nördlichen Seite fängt der Wald auch nicht wieder an sondern ein riesiger schwarzer See der sich dort ausbreitet und ja um den sich dann auch wieder der Wald drumherum schmiegt aber der See ist riesig und hier gerade auf dieser Lichtung in der Mitte am Rande des Sees könnt ihr einen großen schwarzen Steinblock erkennen auf dem eine hölzerne Figurine steht ich würde mich anschleichen halt es mit den Rücken frei dass so was wie ein Monolith Monolith ist es nicht also diese diese Hinkelsteine sind ja riesige riesige Steine die vielleicht zehn Meter nach oben wandern wie auch immer die damals hingestellt hat aber das ist einfach so ein Altar ein großer Stein Altar kann man irgendwelche Götter Symbole da erkennen die Oberfläche ist komplett glatt und erscheint wenn du dich so ein bisschen auf ihn konzentrierst ist es eh nicht viel Licht auch gerade weil der See ist schwarz aber der Stein scheint wohl das restliche Licht was irgendwo noch zu finden ist noch mal selber zu schlucken und oben auf dem Stein steht dann eine hölzerne Figur wie sieht die aus ist die menschlich die Figur aus der Entfernung ja du müsstest jetzt näher herantreten in die Lichtung du würdest sagen die ist ungefähr so zwei Finger groß gut ja ich wünsche unserem Kunden schafft ja viel Glück Junius umklammert sein Gladius und nickt Titus zu ich möchte mich mal anschleichen und gucken dass da nicht irgendwelche Germanen rumstellen also Germanen würdest du dann hier auf dieser Lichtung auch erkennen zumindest wenn sie auf der Lichtung stehen du kannst sich da kurz am Rande der Lichtung noch hinknien und nach rechts oder links gucken auch auf dem See kannst du niemanden erkennen der liegt einfach wie tot da keine Bewegung keine Wasseroberfläche die sich da irgendwie kräuselt und neben dem Steinblock und dieser Holzfigur siehst du nichts weiter also wie gesagt der Schlamm davor und dieser gesamte Schlamm ist aufgewühlt wie von Hunderten von Stiefeln aber die sind einfach nicht da also sie kann ich diese Figur identifizieren oder ist sie zu weit weg du müsstest tatsächlich näher herangehen sie ist ungefähr zwei Finger groß also die die Hälfte der Lichtung müsstest du einmal durch schritten haben dann hast du halt überhaupt keine Deckung mehr ok ich arme wedelnd hinlauft sondern geduckt aber ich möchte mich da so hinbewegen dass ich das auch vernünftig erkenne das erste was dir auffällt ist der Geruch es riecht nach süß nach süßem Geruch du kannst es nicht ganz deuten es sind nicht die Bäume es ist auch nicht unbedingt so ein verrottender Geruch es ist ganz schwer in Worte zu fassen aber die ganze Lichtung riecht süßlich vielleicht so ein bisschen als hätte ich jemand Sex gehabt ist auch so ein pelziger geschmack der sich auf deine Zungen legt und als du dann die erste Hälfte überwunden hast nochmal nach links blickt hinter dir kannst du deine Brüder sehen wie sie dort ihre Gladi in der Hand haben kannst noch die restlichen paar Meter machen 5 Meter 4 3 Meter und dann siehst du vor dir die Figur ein Mischwesen aus Ziege und Frau dämonisch pervertiert würdest du meinen ein Bock aber die war sehr klein könnte man mitnehmen kann ich auf irgendein Götter wissen ob ich die zuordnen kannst du irgendwas hast du germanische Götter oder Okkultismus Okkultismus äh warte Okkultismus ich bin auch 5 also das wäre jetzt ganz klassischer Ktunomythos aber das habt ihr alle auf 0 das ist das problem mit diesen Helden ich habe 5 aber Okkultismus dürftest du würfeln ja ich glaube ich habe nicht mal ach doch da Okkultismus hast du auf 15 ja ne passt ok aber ich würde sagen das habe ich so verkackt ja steck das Ding ein ja du greifst zu ähm sie ist warm das Holz ist warm und du kannst es dann willst es dann direkt unter deine Rüstung schieben oder an deinen Gürtel binden oder wie ja ich denke mir vermute ich das kann man bestimmt hier gut tauschen gute Handels Ware und würde die das ja und die anderen sind ja immer so misstrauisch wenn ich so Sachen mitbringe deswegen vermute ich direkt unter meine Rüstung ja das haben das haben wir wahrscheinlich ziemlich gut gesehen oder ja ich wollte sagen also vielleicht nicht wie er sie selbst einsteckt aber wenn er sich umdreht und diese Holz Figur ist danach nicht mehr da und dann wurschtelt er in seiner Kleidung noch rum du kannst auf alle Fälle dann umdrehen und mit dieser warmen Holz Figur unter deiner Brust zurück zu den anderen treten und dort dann wieder im Gras abknien das ist eine Figur und ich würde die Figur noch mal rausholen sagt irgendjemandem was ich würde sie mir mal genau betrachten die von den Göttern die wir stehlen bringen sie zurück kann ich auch das wissen nee das ist du mythos wissen kann ja mal Spaß werfen ich habe aber nur 5 die sagt mir gar nichts aber Opfer an die Götter hier ist wir wollten ja schon wow da wutert wow du hast 5 und hast eine 2 gewürfelt also du kennst die Geschichten von der Baba Yaga selbstverständlich die alte Hexe aber das ist nicht das was dir deine Mutter erzählt hat sondern das was dir deine Oma erzählt hat kurz bevor sie gestorben ist sie ist du bist zwar schon seit einiger Zeit im römischen Reich unterwegs aber damals als du noch ein kleiner Junge warst hatte sie sich dann noch sie hatte dich gegriffen bzw. sie hatte dich in ihr zelt bestellt du du warst du warst bei ihr als so weit war sie blickte dir in die Augen sie piekte dir du erinnerst dich als warum auch immer sie getan hat sie piekte dir mit ihrem langen finger in die brust so wie die beiden es jetzt vor kurzer zeit erst bei dir getan haben aber jetzt erinnerst du dich gerade ganz frisch daran und sie sagte dir mit einer knorrigen stimme fast wie die baba jager selber die baba jager du musst wissen davut sie ist nur ein avatar sie ist nur ein avatar eigentlich lauert schlimmeres hinter der hexe die die kinder frisst der wald selbst der wald mit seinen tausend kindern den dunklen jungen und der schub nigo hat sie wird als ziege verehrt ein mischwesen aus ziege und frau aber sie ist älter als die menschen älter als die erde älter als die berge davut davut sie beobachtet dich ich kann es sehen davut ich kann es sehen du musst auf dich aufpassen und in dem moment mit einem letzten pieken in deine brust ist sie damals gestorben eine woche später kamen die römer und haben dich mitgenommen das ist schub nico rat die ziege bring es zurück es ist unheil wir müssen hier weg bist du sicher sehr sicher boot sicher dann würde ich zurückgehen wenn ihr das sagt ich habe keine ahnung was das ist auch ich stimme es zu das zurückzustellen wir wollten hier nur nicht mal die pilze zertreten wir können nicht einfach irgendwelche opfergaben der götter stehlen und wir müssen hier dringend weg das ist sehr sehr deutlich ich kenne das aus meiner kindheit und werde dann auch diese geschichte den anderen erzählen mit entsprechenden ernst und auch eben diese meine vermutung dass die baba jaga eben ein zeichen ist das sich auf schub nekorat bezieht und das jetzt ist noch deutlicher und werde mir alle mühe geben sehr überzeugend und nicht wahnsinnig dabei zu klingen was vielleicht ein bisschen schwierig ist bei der vorgeschichte aber vielleicht kriegt davut das ja einigermaßen hin in der nacht haben wir auch eine ziege gehört und stöhnen das bild wird runder vielleicht haben sie hier irgendein ritual abgehalten vielleicht sogar irgendeine orgie oder so etwas das würde das stören erklären wir sind ja auf jeden fall sehr in gefahr jetzt ergreift junius doch wieder mal einen befehlston den man sehr selten von ihm hört weniger philosophieren mehr marschieren wir gehen hier weg ja sein nickt ja ihr habt jetzt zumindest einen orientierungspunkt den schwarzen see ihr könnt wieder einmal diese lichtung umrunden und euch dann weiter in richtung norden am schwarzen see auf dann eurer entweder linken oder rechten seite entlang hangeln haben haben wir irgendwelche probleme mit trinkwasser oder können unsere flächen immer in bächen auffüllen also das letzte mal hattet ihr eure flaschen am rhein gefüllt das ist jetzt einen tag her anderthalb tage her wir haben keinen fluss äh keinen bach bisher gefunden bisher nicht nein ähm wie problematisch ist das ich meine es ist ein see der hat wahrscheinlich irgendeinen zulauf von einem bach her sollten wir hier vielleicht noch kurz schauen ob wir hier irgendeinen bach finden wo wir unsere flaschen wieder füllen können ich meine die frage geht wahrscheinlich eher in richtung von unserem kundschafter der kann das wahrscheinlich am besten einschätzen sprich ich würde jetzt behaupten wollen dass germanien relativ viele kleine flüsschen hat kleine ja bächlein ähm dann gib mir nochmal einen Wurf auf Navigation dafür ist es da ja also dieser see ist tatsächlich ein echter see der hier ja tot da liegt ohne Fluss Zulauf aber du kannst die anderen erst nochmal davon abhalten hier Wasser zu ziehen und ungefähr nach zwei stunden werdet ihr dann ein kleines bächlein finden was du erst einmal austestest und dann das was dafür trinkbar erklärst ja sehr gut am ende des tages kommt ihr tatsächlich in so etwas wie die überbleibsel von euch selbst was ihr vor einem jahr aufgebaut habt eine frage noch in welche richtung sind wir marschiert sind wir in die richtung des ziegenböckens marschiert oder des stöhnens oder sind wir in eine andere richtung marschiert also von eurem lager aus war dieses stöhn im nordosten zu hören und ihr seid nach norden gegangen weil die karte sagte nach norden gehen also eventuell du würdest aber auch sagen dieses stöhn war so ungefähr 200 250 vielleicht 300 meter von euch entfernt und das waren jetzt ein halber tag marschieren das habt ihr lange hinter euch gelassen das hatte also nicht unbedingt erst damit zu tun vielleicht vielleicht auch nicht aber es klang auch nicht wirklich wie wie sex mein gedanke war dass wir dass sich das die dinge vielleicht auch in die gleiche richtung bewegen würden das kann immer sein genau aber hier ein bisschen davon aus dass was hinter uns gelassen haben weil das halt im nordosten waren und wir nach norden gegangen sind und das hat schon über längere zeit deswegen wird da wo da jetzt nicht panisch sein am ende des tages erreicht ihr ein altes vor frisch aufgebaut möchte man fast meinen denn ihr wart als erste legion damals beziehungsweise als erste drei legionen in germanien das vor sollte eigentlich immer noch gut erhalten sein klar die germanen haben euch besiegt und die tore wurden herausgerissen aber das moos was hier von den hölzern wächst die pilze die ganze natur die sich dieses vor jetzt wieder zurück geholt hat die maße sind 300 300 schritt also so jeweils nach rechts nach links und eben nach hinten raus ein gewaltiges monstrum was ihr damals hier mitten im wald aufgebaut habt und was sich der wald und die germanen jetzt zurück geholt haben ihr könnt erkennen dass die angespitzten wehrpalisaden die ihr damals zum schutz aufgerichtet hattet jetzt garniert sind mit köpfen die auch verfault sind sie stecken teilweise noch in euren eigenen römischen helmen also das muss überbleibsel der schlacht noch gewesen sein die außenseite eures ersten force ja wut würde zu judeus blicken werden wir die zeit haben nöpfe abzunehmen oder judeus hat mit tief durch er hat auch den helm abgenommen da auch in die hand schütze sollten uns nicht zu lange aufhalten wir hätten mehrere säcke mit silber mitbringen müssen wir könnten es niederbrennen weiß jeder dass wir hier gewesen sind wir könnten es niederbrennen ich glaube feuer ist gerade nicht unser freund was unsere wenn wir es niederbrennen weiß nicht jeder der hier zufällig vorbeikommt dass wir das waren aber niederbrennen sieht man aus einer gewissen distanz wir könnten schnell uns wegbewegen danach es ist nur eine idee es ist eine idee und ich glaube wenn Felix noch bei uns wäre dann würden wir hier wahrscheinlich die nächsten 24 stunden damit zubringen totenrituale durchzuführen ich meine es ist etwas was wir definitiv tun sollten keine frage aber dann wiederum ist diese mission schon so unglaublich gefährdet wenn wir noch mehr gefahren eingehen wie hier so viel aufmerksamkeit auf uns zu ziehen oder so viel zeit hier zu verbringen wie viele tote sind denn hier kann man das ungefähr einschätzen also aktuell steht ihr immer noch vor dem eingang zu eurem vor im inneren wart ihr noch nicht und du würdest sagen jetzt hier an diesem südeingang wo ihr gerade einkommt 100 100 köpfe meine vermutung weiß ich wie viele man ursprünglich mal in dem fort waren zumindest ungefähr also lange wart ihr sowieso nicht hier aber 20.000 legionäre waren zumindest kurzfristig in diesem wald hatten wir dieses eine vorgemacht für unsere ganze legion die ganze 19 ja ihr seid ja auch weitergezogen also die werden die werden aufgebaut ich sag mal ihr lauft den ganzen tag rüber und dann um 15 uhr sagt dann der centurio oder varus sagt dann okay wir machen hier halt hier wird das vorgebaut dann fangen alle an sich in Axt zu nehmen fangen wie verrückt an auf die auf die Bäume einzuhacken und im Prinzip drei tage später steht dieses erste vor da und nach drei tagen hast du dann hier ein funktionierendes vor und dann kannst du im Prinzip auch weitergehen du lässt eine rumpf mannschaft hier gefallen ist oder weiß ich ob das vorangegriffen wurde als wir mit richtig vielen leuten hier waren also ihr seid ja auch weitergezogen nach germanien ihr wart ja eigentlich weiter in richtung norden unterwegs und dann würdet ihr zwischen den hügelern angegriffen also das war eine rumpf mannschaft aber ihr seid auch ganz in der nähe von dem punkt wo ihr angegriffen worden seid also das ist vielleicht gekommen aber wir wissen aus unserer erinnerung wir haben hier eine rumpf mannschaft zurückgelassen oder weil soweit ich mir erinnere wenn römer normalerweise reißen die römer auch ihre vore wieder ab wenn sie abzielen wenn sie nicht gerade die tore raus genau weil der feind könnte das ja sonst nutzen wenn unsere rumpf mannschaft hier gefallen ist sollten wir vielleicht schauen ob sie versucht haben irgendeine Nachricht zu hinterlassen oder wenn wir schon mal hier sind vielleicht sollten wir kurz reingehen und uns umschatten ich denke auch sie haben sich zumindest einen kurzen blick verdient dann würde ich nehmen an das tor ist aufgebrochen oder wie sind die da reingekommen die tore sind auf ja also du kannst sehen dass die wohl hinter den angeln hängen die wurden entfernt die Tore sieht das so aus als wäre das von römern entfernt worden oder als wäre das von germanen aufgebrochen worden an dieser stelle sind sie ausgehängt du weißt nicht wie es an anderen seiten aussieht die schlacht war ja schlacht dass irgendwie die rumpf mannschaft entkommen ist aus eigener kraft ist da irgendeine nachrichten hinsicht zu uns getragen worden also die rumpf mannschaft ist auch höchstwahrscheinlich vielleicht einen tag nach euch gestorben ok aber dann kann es gut sein dass sie es einfach versucht haben das wäre eigentlich auch sinnvoll versuchen sie werden vermutlich nicht geahnt was auf sie zukommt ich denke wir sollten trotzdem reingehen vielleicht sehen wir noch irgendwas ja ich denke auch dass wir reingehen sollten ich meine sind wir ehrlich wahrscheinlich sind wir exasite der einzige römische spätrupp der gelegenheit hat diese informationen zu kriegen wir sollten die eigentlich sollte es weniger aufwand sein wir sollten diese gelegenheit nicht einfach so erzielen lassen wir sollten kurz einen blick reinwerfen vor allem bricht auch die nacht an ihr braucht wieder ein nachtlager hier ein nachtlager zwischen all den köpfen ja nachtlager es wird dunkel sollen wir hier kampieren zwischen all diesen köpfen das gefällt mir eigentlich gar nicht was haltet ihr davon nein zu offensichtlich vor allen dem das ist ein lager die tür ist offen wenn irgendetwas an die tür kommt ist ein gefängnis nur einen ausgang der dekorio junius runzelt die stirn und wenn sich dann erinnern sieht vielleicht christlich aus mit den köpfen aber ich zitiere hier zahin wir sollen uns vor den bäumen hüten und das ist doch ein ort der einzige ort hier wo die bäume abgehackt wurden habt ihr wohl recht gut ich wäre unter einem umstand bereit dass wir hier das hier als lager nehmen und das ist dass wir uns einen hinter ausgang bauen und wenn wir nur einen palisaden fall nehmen und ihn schräg legen dass man darüber klettern kann und dass man darüber dann über die mauer kommt ich will einfach nicht eingesperrt sein wenn irgendwie ein trupp germanen am tor erscheint und der der einzige zugang ist ich will irgendwie über die mauer entkommen können hinten dann hab ich einen befehl für dich zu ihnen schaut wie klein ich bin besorgt uns einen hinter ausgang ja ich werde mir etwas überlegen aber ich brauche bei der wir müssen erstmal auch an die lager kunden und ja die kurionus wird jetzt tatsächlich die gruppe anführen und durch das ausgehebelte tor reinschreiten auch die we haben le das war das 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 Untertitelung des ZDF, 2020